Ja, wir machen jetzt hier Raubzug-Modus, ne? Okay, los geht's, Chris, mein Partner. Ja, wir müssen das ja sonst mal versuchen mit der... ...wir sie irgendwie irgendwo erwischen, wo wir sie nicht gleich töten. Wie sie irgendwie ihre komische Zunge raushängen oder so. Ich bin meistens bei den Großen, die das gut. Hm. Hm, okay. Das ist doof, wenn die Tür auf ist, dass man die einfach selber mit durchgehen kann, ey. Ja. Also ich hatte immer so gemacht, wenn jemand die Tür aufgemacht hat, bin ich da mit durchgegangen. So mit X-O. Ah, siehste? Tschuck. So, müssen wir mal gucken, wie wir das Vieh hier räumen können. Warte mal, ich glaube, ich habe hier so eine Granate, glaube ich, dafür. Genau, genau, genau. Jetzt, warte. Eins, zwei, drei. Jo, dynamisches Duo. Hast du bekommen? Jo. Alles klar, sehr gut. Hast du noch was für eine Münze, ey. Die Münze sind immer gleich, also zwei sind da hinten noch. Ja. Da merkt man richtig, dass wir das vom 3DS genommen haben. Dass das die Türen immer so langsam aufmacht. Weil das vom 3DS damals auch so war. Stimmt. Stimmt, bei der PS3 war es nicht so, ne? Aber ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also wenn es... Ja, 3DS. Ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Jill-Fan. Wenn ich halt wieder so ein großer Chris-Fan zu sein. Aber es sind auch beide Helden aus den ersten Teilen, ne? Boah, ich würde eigentlich gerne Albert Wesker oder so nehmen. Kann man den auch auswählen hier? Das wäre ja geil, ne? Weiß ich gar nicht. Kann man den hier auswählen? Weiß ich gar nicht. Boah, Moni. Sehr gut. Ja, das ist hier eher so ein Korb-Modus. Das ist der Raubzug. Sprich auch den Raid. Und... Hier kann man eben halt zusammen diese ganzen... Monster erledigen, nach und nach. Gibt es auch so kleine Aufgaben, die man hier so machen kann. Da gibt es diese Medaillen, die man ja auch sonst hier finden kann. Wie Resident Evil 5. So, Sammle-Items, die dir hier noch mit... Monospumpen gibt. Ah. Ah. Okay. Eigentlich ist es jetzt auch egal, ne? Wir haben ja... Du hast ja die Trophäe jetzt. Boah. Und da ist jetzt die B-S-S-A. Boah. Zack. Voll cool. Du haust voll so zu, wie im fünften Teil, und sie kickt dann einfach so, ne? Jill kickt immer gerne. Also sie haupt nicht, sie kickt immer. Du fährst ein Eier-Boxer zusammen. Hab fünf überwicht. Unbeschadet. Sie haben keinen Treffer eingestellt. Yay. Ja, da kriegt man hier so, so Items. Kann man die auch wieder verkaufen, wenn man die nicht braucht. Kann man auch nachhinein nochmal verkaufen. Hauptsache alle zwei Minuten speichern, ey. Das ist ja zum Kotzen, ey. Mal speichern, ne? Was ist denn diese drei Dinger da hinten? Symbol 8. Wegen Level, ne? Ja, genau. Kannst du ja, äh, einstellen. Machst du mal ein anderes Level irgendwie? Ja, wir machen jetzt das, äh, mit Stufe 2 Strand. Empfohlener Level 2. Auf zum nächsten Map. Also hier sind nur die Ladezeiten kurz. Ja, wir machen das erst mal so weit, wie du auch kannst selber, ne? Dann muss man eben halt sonst, äh, bei der Story noch weiterkommen. Da bin ich ja auch noch mit dabei. Oh, da bin ich ja auch noch mit dabei. Oh, da bin ich ja auch noch mit dabei. Ich habe mir das auch noch... Ich habe etwas tun. Ja Sprich mal Kevin Du meinst doch nicht schön, Granate ey Hallo hallo Nochmal Hallo Ah ok Ich stell grad was ein Warte mal, sag mal wieder was Hallo 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 Ah ok Die geht auch Der liegst so langsam nach, das ist ja so ein Prüfer Ja Ach da oben Ah sehr gut Da gibt's noch so ein Ding Kann ich auch gleich mal zeigen Da gibt's halt auch so eine Marke Die bringt auch viel was Auf dieser Map Ach ja genau, das kennen wir ja auch Ne Die Arme auf 2-Side Ok So eine Art Ruheraum hier ne So eine Art Ruheraum hier ne Total unnötig Und so Ja hier könnt ihr ein bisschen chillen Guck mal hier Hat sogar meinen Namen Da gibt's halt welche Spezialgegner Die haben zum Beispiel unsere Namen und sowas Oh nein Chris Ah Aber hier muss auch eine versteckt sein Da Da Ja geben noch Zusatz Das war perfekt Das nicht gut Ja und die geben halt immer so zwei verschiedene Antworten am Ende Zum Beispiel Zum Beispiel wenn ich jetzt sage das war perfekt oder irgendwie sowas in Art Dann hat man das ähm Jetzt mal hat man keinen Treffer oder so bekommen Wenn man einfach nur meinen Satz sagt dann wurde man ja getroffen und sowas Und die machen halt dann zwei verschiedene Sätze dann irgendwie Das ist eigentlich ganz gut dass ich dich da durchschleifele weil dann geht das auch wesentlich schneller Ein bisschen Weil dann kommst du ja irgendwann auch soweit und kriegst du denn so viel Erfahrung Aber nicht vergessen ne Ähm Du hast jetzt ja drei Waffenslots ne Pack dir irgendwelche Waffen rein und stoffe da auch diese Erfahrung und äh BP rein weil dann äh wird das verdreifacht Weißt du Sonst hast du ja nur eins oder zwei Wenn du jetzt zwei Waffen voll hast mit äh Erfahrung BP dann wird das verzweifert Weil sonst hast du immer nur eine Und dann kannst du später noch äh noch deine zweite Waffe damit ausstatten Mit Erfahrung und BP Und das würde ich auch sonst auch bei der dritten machen weil dann Hast du bei allen drei Waffen Dieses diese dreifachen Bonus dann Äh Das zahlt sich dann einfach viel mehr aus heute dann auch damit Wenn du auch schnell erwähnt wirst 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 Wie viel wird im Tal Wie viel wird im Tal Ja wenn du ready bist Okay Warte dann machen wir sonst die nächste Map ist ja schon vier wird die dritte nehmen mit mannschaftsquartier 2 ab geworden ist hier und gestartet jetzt sind wir hier weiß wo wir aufgehört haben natürlich auch cool dann geht das hier quasi weiter wo wir aufgehört haben jetzt haben wir einen der macht viel schaden mit diesem v-symbol ja diesen raum kennt man ja von der story oh ja okay miss stimmt da ist dieser explosiv ding da auch noch gewesen und da unten müsste auch noch eine sein wo ist denn die marke ich glaube jemand hat immer darauf geschossen das ist es hier ist noch so eine granate ich mache mir vor die komischen geräusche ja muss aber seine zunge sonst zielen und pass auf hinter dir so explosion oh da hast du Glück gehabt oh da war ja gerade so ein explosionstypi ich habe die schweine erstmal suchen da können wir zum beispiel hingehen und dann unser move machen oh da kommt schon einer die sie einfach irgendwo heranschleichen das ist gut ne finde ich auch ein vorteil wenn man headset hat oder kopfhörer wenn auch die dann ganz gut hören kann ah guck mal noch einer sehr gut oh da kommt wieder einer chris chris ja diesen raum hier kennt man auch ich habe hier so einen großen slendervieh ich habe hier so einen großen slendervieh den ich komisch aus jetzt haben wir den quartier den crew jetzt jill will im time kick hm 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 jetzt können wir hier rein jetzt können wir hier rein und jetzt gibt es hier diese komischen äh stachelfische hier die müssen wir erledigen dann kriegen wir dafür mal so eine kiste je nachdem wie hoch unsere also später gibt es ja wie ich ja schon gesagt Realität 1,2 und 3 und desto höher wir das haar und desto bessere äh bessere kiste können wir von denen bekommen halt und so aber da brauchst du erstmal noch eine menge äh bp punkte boah auch wieder so einer ok der ganze hinten ist auch noch einer aber wir gehen jetzt mal kurz hier hin soll ja auch noch was sein ah hier zum beispiel kraut und so das kannst du ja ganz gut nehmen ich sehe du hast ja lieben abzug bekommen ich sehe du hast ja lieben abzug bekommen finde ich gut weil dann kann man halt ein bisschen so sehen welchen zustand der partner ist hier werden jetzt bestimmt auch wieder gegner kommen da war ja klar man muss ja echt immer gucken wo die erscheinen natürlich muss ja wieder hier einer erscheinen ok und jill wird am turnkick das ist ja fast 8.000 schaden ja gute panzerungen und der letzte ziel wenn wir diesen raum das ist eigentlich sehr gut da gibt es halt auch so verschiedene handy caps später kannst du zum beispiel dein level niedriger machen gibt es auch so eine trophy das habe ich mit jemanden gemacht das war echt anstrengend weil du musst es gibt ja folie ist level und und den müssen wir wirklich sehr niedrig sein also halt fünf level niedriger um das zu schaffen das bisschen schwieriger weil die gegner um fünf level stärker sind halten in dem sinne hat mir aus das habe ich ja mit jemandem auch gemacht auch ziemlich krass und wenn du jemand richtig starke waffen hast dann ist es glaube ich auch noch viel wesentlich einfacher das zu schaffen ich habe das ja auch hauptsächlich mit samurai edge gemacht oder halt mit revolver und sowas halt alles schon mal das nächste aus ist ja auch hier dann können wir jetzt hier das nächste machen weil alles andere soweit ausgegraut wenn du ja noch nicht so weit bist kommt schneebedeckter berg 1 ohne das level hier gibt es halt auch wieder so verschiedene sachen ja ich guck dir nächstes mal hier wie das aussieht mit der samurai edge ich bin es ja 17 macht dann hat drei slots genauso wie jetzt meine waffe denn gibt es natürlich auch hier ähm später realitätenfinder 1 2 und 3 das beispiel auch gut wenn man muss alle drei haben ist außer für eine trophäe und hauptsächlich bekommt man die durch bosse oder halt auch diese stachelfische die da einfach mal irgendwo random auftauchen wenn ich wie man das ja von diablo kämpfen diesen goblins oder anderen spielen gibt es ja immer irgendwie solche wesen oder so oder extra gegner die man schnell erledigen muss oder so am besten oder finden muss und dann kriegt man halt auch den sprechenden sender auch seine waffen kiste und die chance waffen kiste erhöht sich dann eben die sprechende mit grün und dann später auch mit blau oder halb auch mit gelb und sowas also die goldenen sind ja eines der überhaupt der besten waffen haben natürlich auch ziemlich gute bewerten alles kurz warten bis er dann wieder da ist ich habe mir sonst auch mal kurz was zu trinken ich bin gleich wieder da denn so kann losgehen so ich bin auch wieder da mal kurz hier ich hab jetzt hier roxel geholt die normalen halten ja und da gibt es halt dieses destiny code zeug da jetzt das sind die zwei ja du bist so weit weil die na okay ja wie schon gesagt diese realitäten finde 1 und 2 und 3 bringen die am meisten viel was du weißt du wir haben doch gar nicht so ein stachelfisch erledigt na und es gibt halt auch bosse die das halt droppen und realitäten finden da wenn wir 1 2 und 3 haben erhöht sich je nachdem immer weiter unsere unsere chance auf auf bessere waffen und sowas halt weil sie sind auch ziemlich teuer also die sind jetzt nicht so wirklich günstig neben bp werten her aber das lohnt sich auf jeden fall wenn man alle drei holen weil dafür kriegst du auch noch eine trophäe ich habe überlegt oder sonst dass ich erst mal schon mal die drei holen und danach die zwei und die drei oder so ich finde so weit ist nach diesem reich mit level 1 auch noch ziemlich nice weil die krit werte schon echt eine menge raushauen aber natürlich sind ja auch die anderen extra waffen sehr sehr gut und parker zum beispiel auch zum beispiel da kann man auch bp klauen ist dann auch möglich das ist auch nicht schlecht weil wenn du gegner erledigt auf die du geschossen hast klausel so gesehen auch bp punkte heißt also du push da noch ein bisschen mehr raus hinter uns und jetzt hinter uns so vorne dieser modus gefällt mir ein bisschen lieber anstatt dieser eine modus von Resident Evil 6 weiß auch wo man unter zeitdruck ist und so ein zeug ich finde so was genau weiß ich hier hier weiß nicht hier ist es ein bisschen so ja den neumodischen McInerious Mode mag ich auch nicht da fand ich ihn damals besser ja er hat mich durch die ganze durch die ganze spielrennen so abschnitte und da hast du ja verschiedene charaktere wie bei Teil 3 in Nemesis ja das ist cool so beim sechsten teil so ne das neumodische oh da ok ja die habe ich gemeint also wenn du Realtätenhöhner darum würde ich auch erst 3 haben weil das erhöhte extrem steht da auch die anderen eher leicht und die andere normal da siehst du und dann kommt halt so eine jeweilige farbe wie grün blau und gelb also golden ich habe ein grünes Sturmgewehr mit 5 Dingern ja kannst du mitnehmen also wenn du jetzt Sturmgewehr haben möchtest also grün ist schon mal ganz gut dann kommt blau und dann kommt gold ich muss zum Beispiel eine extrem seltene Waffe finden ähm dann kriege ich Jills erstes Kostüm dann gibt es dann noch irgendwie was was man noch machen muss wie schon gesagt also Jill ist echt mein Lieblingscharakter seit dem ersten Teil gibt es noch andere die recht gut sind aber wenn man ja schon früher mit den ersten Raisi und so ne von Jill ey meine Heldin ich hoffe irgendwann dass wieder diese im neuesten Teil oder so meinen siebten Teil haben die ja wieder weg gemacht so mit sowas ich finde die Idee ja nicht schlecht von siebten aber ich weiß nicht ich mag das eher lieber wenn man hier so diese bekannten Helden hat wo man mehr was damit anfangen kann äh kannst weil du ja ähm schon die seit dem ersten Teil oder so kennst wo man diese Zombiehunde ne die kleinen finde ich immer so cool die immer so schnell sind hier so ja hier gibt es sonst nichts mehr wie ist deine Meinung Perwin? bist du eigentlich auch eher so einer von den ersten Teil so dass du sagst ey ich will eher lieber mit äh mit bezungenen Charakteren die man auch kennt so ach mir ist das im Endeffekt eigentlich egal ok mit Teil 7 ist das eh geht das eh alles in eine andere Richtung ja das ist auf jeden Fall besser als die letzten Teile die rauskamen hm ja ich kann damit auch eher mehr hier was anfangen äh das ist gut dann können wir ja schon mal das nächste auswählen soo ist eigentlich schon auf Level 5 hm hm das ist gut dann können wir ja schon mal das nächste auswählen das wäre denn das äh die Gästekabine ja ich muss da halt noch ein bisschen gucken hm 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 also schon so rpg lastig so halten also mit den attributen und hier habe ich jetzt auch eine goldene hier auch eine goldene mal gucken mal eine bessere bekommen so auf zur nächsten map wo sind wir hier hast du einen neuen charakter gewählt wer ist das kenne ich den also du hast irgend so einen einsatztypi da er soll ja gut in nahkampf sein oder war das der aber irgendjemand sollte da auf jeden fall sehr gut in nahkampf aber das ist gut weil da gibt es irgendwas mit 130 prozent und so also schon echt krass diese sounds bosse sind hier auch enthalten die kommen irgendwann in bestimmten abschnitten kommen hier auch wir sehen auch boss gegner hier auch wieder so einer ah hier sehr schön erst mal eine bombe legen boah ok die kommen sogar aus schächten und höh hört sich deiner voll weiblich an hä ne tussi mit glatze alles klar ok sieht gar nicht danach aus so wirklich ne man denkt irgendwie so das volle typ so weil er auch so maskulin so weißt du vom körper her und so gar nicht so weiblich wie jill oder die eine rachel aber er ist so weiß nicht sie ist gar nicht so weiblich aus lol das ist ein nahkampf attacke liegt einfach so ne bombe voll crazy und das ist so cool du einfach das teil so auf den boden hinlegst und sagst dann so und tschüss die schatten auf hier ah cool oh noch mehr weg mit dir ja ne irgendwie schon haben wir den geweckt oh nein hat schon was aber ich finde für eine 3ds portierung haben die sich da schon zugegeben ne ah ich weiß jetzt nicht wie 3ds jetzt ungefähr ausgesehen hat weil ich habe ja nur die ps3 version gespielt würdest du dir quasi das spiel ja zweimal holen auf der ps4 ne würdest du nochmal die ps3 dings da ja grafisch ist es auf jeden fall schlechter sag ich mal und ist aber Gameboy aber das ist trotzdem geil mit diesem 3d modus ja da macht dieser 3d modus wieder irgendwie besser ne aber das ist auch der effekt toll ist ah ok und was ja auch bei dem VR spielen die VR spiele zum Beispiel in den 7 sieht ja auch schlechter aus als wenn du es jetzt ohne VR spielst mhm aber das feeling einfach wie das gemacht wird diesen effekt ist einfach nur geil also wie gesagt du hast echt das Gefühl du stehst wirklich bei dem zuhause echt boah das ist cool mhm wie gesagt das ist schwer zu beschreiben also wenn man die Möglichkeit hat das zu testen würde ich das auf jeden Fall machen ja ich habe gestern ja auch dieses Playroom ausprobiert was von Sony selber ein bisschen kitschig und so aber das eine Spiel war auch geil da hast du mehrere Minispiele mhm hey diese komplette Spielwelt du brauchst dich um dich herum auf und drehst dich denn so 360 grad im Raum du kannst dann rumlaufen ja ist ja nice das ist schon echt sehr bekratzt ey findest du auch gut dass wir da weitaus noch mehr machen wollen ey naja weil persönlich machen mir das richtig Spaß das zu spielen weil das Feeling einfach viel viel intensiver und geiler ist ja soll ja auch ne so diese normalen Titel sag ich jetzt mal die meist so cancel AAA Titel die sind stellenweise extrem langweilig mhm ey 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 ja hier ist so ein Stachelfisch und die sind später geil wenn du äh die findest und tötest wenn du Realitäten findest also ich würde erst sagen 3 weil äh 3 gibt extremen und die anderen 2 kannst du auch irgendwann später auch nachholen aber das würde sich auch viel verlohen von meiner Drop Rate her und alles so ja also ich würde eher aber die sind auch recht teuer ne also ich will jetzt nicht sagen dass die voll billig sind der teuerste ist irgendwas mit 200k aber es lohnt sich auf jeden Fall definitiv also du würdest auch denke ich mal auch nicht nur bessere Waffen kriegen sondern auch bessere diese die Slots halt ne diese Teile da deswegen gehe ich eher lieber auf sowas weil äh weil du kriegst immer nur dieses mittel mittelmäßige also dieses normale Zeug haha ist ja geil mittelmäßige Zeug halt was ist das für eine die geht ja gut ab tschüsschen meine Müschen ich bin ja sowieso eh nicht so der Sniper Typ ja so Pistole, MP und so ähm ist ja jetzt immer noch 5 dafür das nächste Brunnen musst du ach ne wir können das schon spielen dann ok es ist zwei empfohlener Level 6 aber ich denke mal du kannst es ja und diese Waffe mit den was ich jetzt habe 29 und du mit 6 heißt wie viele Einsätze wir gemacht haben oder? kann durchaus sein weil es steigt immer je nach Einsatz äh was warte die Waffe da 6 ja genau ich hab grad ein paar Waffen ne ich hab 6 Waffen insgesamt ja ich hab ich hab 29 aber ich hab keine 29 Waffen oder sowas ne da steigt immer je nach Einsatz so sie erhalten mehr Erfahrung und BP wenn sie einen Abschnitt abschneiden ich bin bereit wo sind wir? wo sind wir? wo sind wir? wo sind wir? hilfvoll gelassen so geht's ich bin noch einer ach das ist ein Explosivfies ja aufpassen die können ganz schön fies sein warte ich höre ich jetzt schieb drauf weil der würde ja mit drauf gehen ja ok gut bin mal gespannt ich freu mich schon wenn endlich mal Resident Evil 2 das hat irgendwie mehr kommt würde mir wünschen wenn sie dann VR-Modus einbauen würde ich feiern naja oder Korb-Modus wäre auch cool ah gut dann ist die Frage wie das umsetzen wird wenn sie da nicht zu stark ins Spielgeschehen eingreifen wollen hm wann wollen die das eigentlich raus holen mit Resident Evil 7 mit denen wo Chris da vorkommen sollte Not a hero? mhm der ist auf unbestimmte Zeit verschoben weil die Qualität nicht stimmt mhm ich finde es auch keine News gar nicht mhm hast du so oft geugelt? oh ne Bomberling ja man ich sollte mich für euch verfahren bäm cool voll auf die liegt ja ne hat was ne so suchen zerstören so eben bisschen so ne schnell Bomberling hm 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 ich wusste gar nicht dass die Private Beta noch geht ey hab das ja ja die geht noch und du kannst sogar noch bis 35 jetzt werden oder so ne hab ich gesehen war nicht schlecht äh ich spiel's nur ich kann mich damit einfach nicht ich kann mich einfach viel begeistern ok ja es macht doch eigentlich auch viel mehr Spaß wenn du da mit Leuten zusammenspielst irgendwie ja mir gefällt das an sich nicht mehr das einzige Spiel was ich noch spiele wo man gegeneinander spielt ist Rocket Leech ah ok aber das ganze andere ich bin also überhaupt kein Freund mehr davon also nicht mehr so competitive Rocket League ist ja noch aber ja das ist das einzige womit ich mich noch anfolgen kann kurze Runden schnell und bündig paar Tore machen hm sonst eigentlich generell nur Koop-Spiele sondern ich kann Bockmann auch bei diesen anderen Sachen sogar auch ja du hast immer irgendwie ein Delay irgendwo eine Latenz irgendein Problem immer irgendwelche Faktoren was irgendwie irgendwie den Spieleinschluss blockiert oder eher das blockieren oder sag ich da eher äh beeinflussen hm da gibt es ja auch hier sind wir wieder so einen großen aber gar nicht so falsch dass sie so einen hohen Level haben weil da gibt es dann natürlich mehr Punkte das schaut gerne mal an sehr schön hm Na ja, heute habe ich mir noch ein Spiel geholt, das gucke ich mir nachher mal an. Was denn? Äh... Oh, warte, ich habe die Lampen gerade vergessen. Ich hätte schon rausgezogen, äh... Farpoint. Also, VR ist das. Ah, okay. Das war das Spiel. Oh... Äh, das soll ein Vibe sein? Hast du dich auf jeden Fall von angewirklichen Vibe? Sieht aber nicht so aus. Nee, überhaupt gar nicht, da ist auch so Bart und alles so. Ah, eine Frau mit Vollbart. Da komme ich gar nicht drauf klar. Voll komisch. Da kommt auch der Deckel hier mit der kreisfähigen Armwand. Stimmt. Kennst du schon, ne? Ja. Du hast das Spiel ja damals auf dem 3DS-Player gespielt. Achso. Ja, ich habe das auf der PS3. Hä? Guck mal! Der ist wieder hoch oder wieder runter? Der ist wieder hoch. Der ist wieder hoch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ah, nein! Weg mit dir! Nicht beißen! Der ist noch ein wenig. Naja. Eher tun die ja saugen oder so. Wommeligen. Ah, du sollst wommelingen! Oh. Von NLF her. Oh, hier so ein Königlicher. Ah. Yes. Der Lied ist doch noch nicht. Ach. Sehr schön. Dass die Sachen einsam sind, sind die für dich trotzdem noch da oder müssen wir uns beteiligen? Nee, nee, die sind ja trotzdem da. Ah, gut. Oh, hier was wir durch die Gegner bekommen, ne? Das sagt man so auch. Find ich aber gut. Oh, da kam der was. Das ist egal. 18 von 32. Ach, da oben. Klimmt. In diesen Bereich kommen noch viele. Ja. Das hat was. Das ist gut. Das macht auch Schlechenschaden. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Eine, das ist klar. Ja. Ich fang. Und da. Und dann fang ein bisschen rein. Ja. Das ist richtig. er hat irgendwas mit mich am fuß aber der ist ja schon, hey! der ist geil doch, ne? der geht gut ab, ne? der buckt aber gerade rum, der denkt sich so, ey, jo man, diese texturen und so so, dann kann ich hier schön ein... cool, mein Kick macht ja auch so ein bisschen Daddyboy! schnell schreien ok, schnell hin, und dann... und nochmal schreien jawoll ja man, doppelt gespeich sehr gut die haben wir noch? ah, drei Gegner noch bravo, bravo bravo, bravo hier gibt es eine andere Marke, oh, eins, vier oder ist denn die noch vor dem Ziel? ne, ich glaube, die sind nur kurz vor dem Ziel, ja ich glaube, wir müssen noch auf die andere Seite schreien ich glaube, wir müssen noch auf die andere Seite schreien sehr gut ach, jetzt müssen wir wieder nach oben rauf ja ja, wir müssen einmal herumlaufen hier auch so ne wechseln auch so ne wechseln auch so ne wechseln wechseln ist nicht gut so freshes so... so fr... so fr... ey, wo gehst du hin, ey? du hast doch gut du hörst, wo ist das hin? du hörst, wo ist das hin? ja, du gehst wieder zurück wir müssen hierher aber, wie gesagt, ja, so er kommt ja schon wieder also, er will nicht Müffel also, er ist nicht wie Stefan Stefan Müffel ja, ich habe gesagt, ja, so auch schon wieder falsch man so ein kleines Labyrinth weil er hat mir gestern gesagt er spielt nie wieder Waffe und ich habe heute eine Nachricht geschrieben ob ich seine Sachen habe und dann hat er gesagt warum du hörst doch auf dann kannst du dir doch geben das ist wie wenn einer stirbt dann holt man die Bude auch leer nein er hat geschrieben er spielt nicht und er lernt französisch er drückt einfach mal beende das mal hinter dem Hirn du mit deinen komischen komischen Manns-Swipe-Care-Ding gewesen da oh sehr confused oh ich habe die Drake die Drake ja das kommt aus dem Mann weiße ja das kommt aus dem Mann weiße ja das kommt aus dem Mann weiße aber das ist auch noch ne länger ist das selte Bild oder das kommt aus dem Mann Legendärer Fund ja das wäre aber geil da würde sich noch selten mal da laufen ja das hätten die so komischen Dinger bringen sie eine seltene Waffe an oh Jill neues Outfit extrem seltene Waffe an dich das ist ja super boah ich habe gefühlt so ich weiß nicht so wo oder so oder so okay bist du schon ready? so schrecklich das bei dir ich bin ready ich sammle erstmal ja ich sammle erstmal ja wir haben hier das neue Outfit ah das ist sogar besser naja da haben wir Experte 3 schaffen sie die Bonus Stufe Geisterschiff Bonus Stufe? nehmen wir das ruhig okay bist du ready? ja ich bin bereit let's go ja das wäre eine Sahne hast du eine Sahne? ja ich bin bereit so ich habe hier das neue Outfit ey ich werde unsere Überlebenschancen berechnen ja aber bisschen anders aus aber man sieht aber aber man sieht trotzdem noch richtig geil den Po oder? oh hey das ist ja ein geilen Body ey Hühnchen ich habe für morgen Hühnchen geholt ne? Hühnchen ja ich hoffe mal das Hühnchen schmeckt gut ja ich will mal hoffen dass das Hühnchen nicht nach Butter riecht so Chicken Wings oder was? nein keine Chicken Wings so richtige Hühnchen wenn die ja wenn die ja so jetzt so jetzt moin ach immer überlegt ach muss ich ein höherer Level sein? oder ist das schon wieder eine andere Welt? äh äh ja du musst höher werden ja du musst noch ein bisschen du musst noch ein Level aufsteigen hier weil manche musst du noch so Einforderungen ein bisschen erfüllen ähm 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 Das ist cool. Ich glaube, ich nehme gleich noch eine Pustole mit mehr Schuss, ey. Das geht noch wie Eier. Das ist ja ein Schreck. Mal wegbashen. Das ist ja ein Schreck. Das ist ja ein Schreck. Oh, yeah. B.O.W. Falle. B.O.W. Falle. B.O.W. Falle. B.O.W. Falle. B.O.W. Falle. B.O.W. Falle. Nur ruhig Messer an. Carbon. B.O.W. Falle. 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 Und Ah Nein, nicht schlecht Oh Hm Da kommt schon gleich der Nächste Kommt der eigentlich? Ah, der kommt ja schon gleich Der Daddy Der Daddy oder 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 Oh Jetzt kommt er Ja Achtung kleiner unter der Brüssel noch einen Hm mhm oh, da kommen ja noch einige B.O.W? ja ok rückter Kreissäge oh, shit er hat sich vorhin nach vorne gelegt, bei mir war er noch dahinten er hat sich ran geswitcht ok, das kann er auch ach, auf jeden Falle ok sehr gut weg mit dir ja, da fällt ein Bubelstot so jetzt müssen wir erstmal wieder nach unten na er hat noch einige schöne Pfeile hingelegt oh ich bin da nicht mal reingelaufen er schuldig mitnehmen hier war hat Kosten für das wieder auffüllen weil wieder auffüllen ist auch Oh, schon wieder Unangenehm So Und Übertrieben so diese speziellen Moves So Ich komm echt nie drauf klar mit der Stimme da Heilhilfe Die ist auch gut Die ist nicht schlecht Kann man sie auch gut gönnen Ich glaub mal die hat genug Snots Wär schon nice ne Oh sehr schön die hat 4 Snots 4 Snots ja die Ach ist auch eine goldene Schrift Ja wir sind gut Wach ich denn da mal rein was haben wir denn hier Oh mach mir doch mal größer Die drage Unböse Hm Äh Mehr Kugeln auf So Ich credit Scho Jemand Före Können Können Wir Wir können Es Wir 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 Hmm. Ja, man ist halt jeweils ein Pimps. Alles nur mit Clown und alles nur mit Clown neben und WP oder Pao. Ja, das ist gut. Natürlich ein nice Sort. Gucken wir mal. Jetzt können wir das nächste nehmen. Ich werde unsere Überlebenschancen berechnen. Hallöchen. Ah, hier die Hunter. Vor dem musst du auch passen, die können instakill machen. Pass bloß auf. Besonders wenn die Clown ausgeschärft haben, dann machen die ihren instakill Sprung. Da. Ja, ich habe meine 3. Weiß ich die Hydra machen. Alter, das sieht voll cool aus da. Immer noch mit einer Hand so. Boom. Wie aus Teil 5 halt, ne? Nichts da. Hier, gucken wir mal. Was war mehr oder? Ne, ich glaube das war's. Und auch hier unten diese Kiste da insammeln. Ja, aber wir müssen einmal jetzt hierher rum. Oh, hier. Oh, sogar ein besserer. Mehr Stärke. Der scheint irgendwie nicht darauf klar zu kommen. Hä? Wer steht bei mir in der Luft? Ne. Ja. Sah echt komisch aus. So. Ist da noch was? Nein. Ich bin cool. Nein. Wie machst du da? Ich hab nichts gemacht. Ich hab kein Fett einfach. Okay. Jetzt kommen wir wieder runter. Ja. So. Hier ist ein Hunter. viennent ich jetzt aus. Das ist so. Was ist denn das für ein Hund? Das ist ein Hund? Das ist ein Hund. Und das ist ein Hund. Das ist so. Aber das sieht gut aus. Und das ist es aber auch. Nichts so. Das ist. Das ist so. Muss auch passen, ein Hunter, ne? Kann ich unterschätzen Wir sind ein paar Ja, ich komme Ein paar anderen sind unterwegs Oh, pass bloß auf mit den Krallen auf Ah Ok, und jetzt? Sehr gut Und noch ein Hunter Jutras, guck man, da fallen die immer direkt hin Ja Ist nicht schlecht Oh, guck mal Und jetzt? Ja Sehr cool Explosiv Mit explosiven Grüßen, ne? Das ist hier Das ist hier Jetzt sind wir oben Jetzt sind wir oben Nichts Hier soll auch irgendwo unter so ne Makel versteckt sein Bei den Tischen irgendwo hier Wo hier Bei den Tischen war irgendwie wat Jumpt erstmal hier rum Jumpt erstmal hier rum Ist der schon mal was? Keine Ahnung, irgendwo soll es hier Eine Medaille geben Nein Nein Wartige Frau wurde angegriffen Wartige Frau wurde angegriffen Okay, ey, nicht sterben, ne? Ich sterbe ein Kamerad Aber da ist noch einer Hä? Wie was? Ja Komisch Ich bin doch hinter dieser Rolltour hier Voll merkwürdig Ey Einige Gegner haben wir noch vor uns Boah Boah, das war knapp Also wollte der Hunter mit seiner Klauern Boah Oh Echte Fusste Ich glaube noch eine Vorhin Ich glaube noch eine Bei dieser Hunter, hier Nur diese Hunter hier auch passen er gut der gut panzer der hunter und pass bloß auf diese insta kill sind echt mies bei denen sehr gut ok wieder stechen die hunter sind echt böse hinten ist eine kiste kugelfisch wo warte ok brauchst du auch eine pflanze ok es wird schon dunkel hier m ab 9 Uhr ist das ja meistens schon Fenster draußen ok ich bin unterwegs hier haben wir noch einen hunter sehr gut nice aber drei gegner fehlen uns aber noch drei gegner fehlen wir haben wir übersehen ne was wo sind sie denn noch versteckt über so räume wo wir noch nicht da gewesen sind ă überall wie dd 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 d dd d dd nur noch Hunterstein ich hab die befürchtung dass wir nicht mehr zurück kommen können ja okay ja nützt ja nix müssen wir sonst beim nächsten mal gucken weil 33 haben wir verschont ist im 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 Die Copter sind viel zu groß im Vergleich der Person, die man spielt Ja, ne? Für die Mega-Copters sind das bei denen Kommt bestimmt irgendwo von so einer Wallerei, weißt du, darum redet die so komisch Kommt von irgendwo her Irgendwo aus dem Wald Irgendwo aus dem Wald? Man weiß nur nicht wo Irgendwo her kommt sie Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist Ich weiß nicht, warum da so eine weibliche Stimme bei dem Charakter ist Obwohl er eigentlich recht männlich aussieht So von Probat her Glatze und das alles Ich weiß nicht, ob das irgendwie so die Stimme irgendwie Wollen wir das dann mal machen? Oder wollen wir Hier Die nächste Map nehmen Was meinst du? Nochmal Teragiria oder? Können wir machen Wir sind jetzt alle Gegner tot Aber hier Gegner noch mal töten, ne? Was? Crazy, ey Okay Okay Dann nochmal Diesmal alle Gegner töten Nehmen wir unseren Bonus und alles Dann machen wir die nächste Map sonst Dann denk ich mal bist du bestimmt auch 7 und so Wir müssen das auch gehen Wir müssen unsere Überlebenschance überrechnen 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 Ah nein Okay Der hat ein Hunter gerade mit mir die Kehle weggehauen Ey Hast du die auch verkacke? Ja das ist ähm Kennst du auch Hunter mit Instakill und so? Ja das war aber früher besser aus der PS1 Also das ist übrigens der Kopf abgetrennt worden Ey Du hast den E-Bild auch immer in der Kasse Das war tatsächlich lustig man Wenn die ankamen Bäh Und dann immer zack Und der ganze Kopf weg Und dann rollt der so rum Und das Blut so voll übertrieben am Spritzen ey Mann ey Die Spiele wären echt verweistig ey Das ist doch toll, ne? Ich bin bereit Ja Wir sind da gerade so Und die Fischlörter zu Ne Das war doch toll ne Ne Die ist doch nicht Ja Wir sind da gerade so Und die Fischlörter zu Ne Aber die Äh Das ist doch schon mal ganz cool Dass die Hunter da wieder dabei sind so ne? Ja Ja Wäre lustig wenn sie auch noch die äh Die äh Die äh Gamma Hunter drin hätten Ja Bisschen besser oder? Geil Das sind lustig Das sind ja Die kamen ja in drei Rückteilen vor Das sind ja quasi mutierte Frösche Das ist lustig Die fressen sich komplett auf Verlustig Komplett auffressen Seemlich strange ne? mal gucken ob wir diesmal keinen verpassen ich habe die graf gekauert Okay. Okay. Hier ist auch kein Untergrund. Hier, nur in der Ecke, wie die gerade Zubehörer. Hab ich gerade bekommen. Gute Frage. Also hier sind wahrscheinlich die drei Leute, die fehlen. Ja, stimmt. Könnte durchaus sein. Also ein paar Sachen. Oh, okay. Ja, mein Sound. 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 Aber hier unten war noch was, ne? Ja, mein Sound. 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 Ja. Hier ist die Mate. Hast du? Sehr schön Kann man alles ruhig mitnehmen Und die nächsten Hunter Haha, nice Na Die auch schnell sein wollen Jaja Okay Ja, hier kommt wieder eine Menge Hunter Yeah Ja Bitte? Nein Komm, geh weg Ja Danke, dass ich wieder pisse Oh 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 Boah Boah Bin so angesprungen kommen, ne Bin so angesprungen kommen, ne Ah, hier Kugelfisch Stachli 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 Vielen Dank. Sehr schön. Ja, da haben wir das nächste geschaut. Diesmal haben wir alle erledigt. Streng gläubisch. Gläubisch? Aber wir sind jetzt auf 7. Mannschaft Quartier 3. Ah, meine tausend ist dauernd noch ein bisschen. Erhöhlt ihre Chance extrem, seltene Waffen in Waffenkisten zu finden. Dann kommt erheblich und dann leicht, aber ich gucke mir gleich das hier, weil 1, ja gut, leicht, aber erheblich extrem. Und dann kommt erheblich. Schafften Sie die Bonusstufe, Geister. Das ist, glaube ich, noch ein höherer Schwierigkeitsgrad, ne? Geister Schiff. Wir haben mal eine fette Deagle da, ey. Ist das eine Deagle? Nein, nein, nein. Da ist einer, aber ich will kein Geld ausgeben. Ich will kein Geld ausgeben. Ach, hier, verringert den Schaden in 3%. Ready? Noch zum nächsten Abenteuer. Hm? Okay. Ich hoffe, das ist schon mal. Ich hoffe, das passt so. Ich hoffe, das passt so. Ich hoffe, das passt so. Die Killer Fische Adel abgeschaltet. Ja, das ist ja riesig. Hier, Fische. Die Killer Fische Adel abgeschaltet. Ja, das ist ja riesig. Jawoll. Hier, Fische. Ach, das ist ein dicker Kugel. Ja, das ist ja riesig. Jawoll. Hier, Fische. Ich will den gar nicht töten, der sieht lustig aus. Ja. Ja. Einfach so, oder was? Willst du wohl Geld, Dina? Einfach so, oder was? Nein, ich will den eigentlich nicht töten. Willst du wohl Geld, Dina? Eigentlich nicht. Wie soll ich? Nein, ich will den hier, da ist ja riesig. Ja, das ist ja riesig. Ja, das ist ja riesig. Ja. Test 1 bei 3 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 Merkwürdig. Test, test, test. Test, test. Oh, jetzt müssen wir es gehen. Sag ich jetzt mal was? Hallo? Uhra. Ok, es hört sich gut an Als erstes hat man Ich hab dich jetzt selber gar nicht gehört gehabt Deswegen war es komisch Hier Grad wieder umstellen Jetzt verstehe ich Dich jetzt besser noch Besser Ok Ja, da war wieder irgendwas Keine Ahnung Anpassung Du hast ja ein bisschen schon aufgeräumt Oh, das ist ja Bye Diese Fahrstühle Wenn dunkeln Da soll noch was angst machen Bisschen Binn B.O.B. Binn B.O.B. Vielen Dank. Oh, hier. Ohne. Oh, na immerhin. Immerhin sagt man dazu, ne? Immerhin. 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 Ist das übernommen hier? Was ist los? Nice, hat mal reingerollt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weiter geht's. Da hinten ist auch einer. Wir müssen echt gucken, dass wir Kai verpassen hier. Muss alles seine Richtigkeit haben. Ah, da ist noch einer. Ah, die wirst du auch gut kennen. Ach, die hässliche Alte. Sag's einfach so? Ja. Hm. Kann man ja, ne? Kannst du sie eigentlich toll, diese Olle da? Ja. Ja. Findet sie nicht toll. Leider, dass sie auch toll finden wollen. Da ist sie. Nee. Kommt noch, ne? Hm. 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 Und hier alles mitnehmen. Wo kommt der denn auch immer her? Also ich bieb mich da hin. Hier ist ja auch noch mit einer. Meine Zunge. Oh die lacht schon so. Die lacht schon so. Die ist gruselig. Die ist verrückt. Die hat Angst. Die lacht einfach ab. Die ist voll crazy. Pass auf. Aber sie hat immer noch Brüste. Komische. Schaut mal wie sie läuft. Hä? 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 Sie ist aber von mir weggebeamt. Einfach so weg. Teleporter-Fertigkeiten. Hä? Das Spiel sagt nein du darfst sie noch nicht so schnell töten. Bitte hören sie auf so schnell zu töten zu wollen. Hä? 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 Kevin, kannst du sie bitte töten? Töte sie mal bitte! Sie muss sterben! Das ist voll die Haut in meinen Schächten ab, ne? Ja, sie sind sauer. Ja! Ja! Sie sind so crazy! Sie sind maxiert! Ja! этом wird so schwer! Ma Subtattesico Sie Union Die Die Oh, die dreht schon durch, ne? Die soll einfach abkacken, sagt er. Einfach so. Ab, Mutti. Oh, hier ist es die noch, ne? Durchgedrehte. Komm. Die Luft gejagt. Toll. Also kippt man sie halt, ne? Die haben sie erledigt. Die Hawk, na ja, na ja. Ne? Die Hawk. Ein Machulone, so, ne? Oh, das ist nicht schlecht. Hat was. Macht schon Spaß, oder etwa nicht? So, an sich. Oder? Alter. Meine. Also Spaß macht das schon, oder was meinst du? Evan? Warte mal eben. Okay. Hm, ich muss halt. Nein, nur noch. Ich muss halt. that wenn. Oder auch. Haha. Jetzt müsste das eigentlich passen. Test, test, test. Okay. Test, 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 test. Test, test, test. Wird getestet. World of test, würdest du sagen. Test, 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 test. Du musst es testen wollen. Das ist das wichtigste. Alles andere ist unwichtig. Denn der wahre Test macht es aus. Teste ist. Test ist. Test. Test 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 Okay, genug getestet Ich hoffe es äh Läuft alles? Hm? Deswegen machen wir auch solche Tests Tests Die hat ein netzes Rätsel aus, der Dungeon. Alle töten. 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 Ja, bekomme ich das unten durch. Okay. Durch? Das war's für heute. 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 Also, wir sehen uns jetzt, dass wir jetzt hier noch mehr betreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist ja keine Operation das ist doch so, guck mal wie groß die geworden sind, die hatten ja gar keine so große gehabt auch wenn die rausgeguckt haben, weil die waren ja nicht so heftig Stationen sieht aber nicht mehr so toll aus, weil da so die Adern rausgucken, weiß ja, mit dem Virus toll aus mir ja, aber auch so, dass da so Adern jetzt so sind, weißt du nicht mehr so normal, sondern dass da die Adern jetzt schon so geh weg von mir, oh schon wieder Alter, die liebt mich vorher, geh weg ich finde es lustig, wie die Haarefälle so drangewachsen sind irgendwie kuchen ich stirb jetzt eigentlich lecker bist oh, ich habe immer diese Munitionsknappheit okay, jetzt müssen wir echt einen Weg finden, da sind ja auch schon wieder Gegner vier Minuten noch ja, einige fehlen da ja noch oh nein nein oh ernsthaft ja, und auch noch wird schneller ah, schnell, der kann der Falle ah, der hat den Schlüssel, wir kommen sonst nicht weiter ja, der hat bestimmt die Schlüssel ja, der hat schon ein bisschen verloren, ey ah, das Problem ist, ich habe ja auch keine Muni mehr, das ist ja so ein schnellerer ist das jetzt hier ja, der kann ich noch ein bisschen überrümpeln, da den können wir ein bisschen überrümpeln, da ja, und den Stick nach oben drücken, also den Stick nach oben drücken, also den Stick nach oben drücken, dann kann man so in den richtigen Moment, dann kannst du ausweichen ja, ich habe auch eine Trophäe ja, ich habe eine Trophäe ja, ich habe eine Trophäe ja, hier ist noch irgendwas ja, hier ist noch irgendwas ja, ach so, wir haben Schlüssel schon, okay, gut ja, es ist klar ja, wir haben die Trophäe nein, halb Minuten gleich ja ah ja, das ist noch der andere oh, ich bin Krone voll lustig mit dem Messer die ganze Zeit Messer voll übermächtig Geht noch irgendwas zum Looten? Ne ne Aber guck mal wir haben das Eis abgeschossen Nice Ah jetzt bist er auch schon wieder auf Äh jetzt bist er auf Level 10 Oh geflutet Boah fast ne Fast zu 100.000 Realität frei Immer 4 Ich muss ja immer kurz wieder die Pistole Das Wichtigste Ah hier gibt es jetzt auch ähm Äh Körperpanzerung Das Beispiel da verringerst du den erhaltenen Schaden Also da lässt du immer mehr aus Aber wir haben ja noch ein bisschen weiten Weg ne Ja wir müssen ja bis 50 erreichen ne Haha Wir sind schon mal bei Stufen 50 Ich will das wieder schon mal Machen wir mal nicht Ja 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 Ja, die sind da geklemmt. Ah, hier sind wir hier oben. Ah, guck mal. Wie das ist? Hä? Geht nicht? Ach, schwimmen. Ernsthaft? Ne, nicht nur schwimmen, sondern tauchen. Ja, wir gehen tauchen. Ah, mit X. Unter Wasser eine Tür öffnen, das muss ich sehen. Unter Wasser eine Tür öffnen, jawohl. Warum auch nicht? Aber wir können uns hier nicht wehren, oder? Oha, was ist jetzt passiert? Jetzt passiert, ey. Irgendwas gerumst. Mit mir draußen. Irgendwas richtig lautes. Wie kommt man hier raus? Hä? Komm mal gar nicht raus hier. Ja, wir können weiter stehen da zur Tür. Okay. Dann geht den Gegner. Auf beiden Seiten. Ja. Dann machen wir hier Platz hier da. Ja, wir haben gerade noch gekriegt. Und? So. So viel Finishes. Ah, hier diese Viecher wieder. Warte mal, hier. Pass auf, auch. Ah. Ah. Gewichen. Ja. Ah. Es ist ein Nahkämpfer und Fernkämpf. Hier geht es auch nicht weiter. 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 Hier ist der Bauch. Das gebe ich eine. Da muss man richtig timen. nein ah ne der kopf doch schon stirbt jetzt mal das ist ein parasit noch übrig und er macht blitze er will den fass getötet hat er kommt so ein parasit kann er helfen pass auf da kommt so ein parasit hin ja jetzt hier einfach niederschlägen hier den parasiten noch einer oh jetzt kommen wir in so ein und der letzte ist bestimmt hier dann müssen wir doch diesen fisch doch nicht da besiegen diesen einen der unter was nein oh pass doch was auf ey nein ich bin nicht oh please schockgranate hier wird mal bisschen getasert ja man taser das hat ja keine wirkung auf die lol weil die selber taser sind ach weil die selber solche taser fiese äh pass auf ey hier so ein bisschen anschocken ach ich konnte dich heilen oh ey der ist dann nach oben geflogen ach hier so ein gepanzerteil die beine dann dann Ja, Mann, geh weg, ey! Kopf! Einfach nur so... Komische Viecher! Komm, lass sie anpieksen! Oh, hier dein Blitz, ey, mir noch egal, komm! Nein! Ah, das tut so weh! Ah! Crazy! Das war... das war crazy! Glaube ich auch! Aber ich glaube, bis 20 kommt noch viel heftiger... Viel heftiger... Besser an seine Maulpatze! Geiles Zeug! Geil fresh! Cafeteria! Fresh! Ah, ich hab fast 200,000... ... Oh, fuck! Ah, fuck it, pussyboy! die 36 gibt es ja auch hier greifen sie ein gegner an erhöht sich der grad seiner aggression ihnen gegenüber um 200 prozent vor die übelste agro machen jetzt kommt sie nur bier das gucke ich mal wie er spielt jetzt ist es schon dazu jetzt kriegst du was geboten genau das will ich jetzt auch sagen ja man ich will das geil wenn ich mich höre ist das geil oder was ja ok stefan fühlt das geil wenn er sich ich bin grad wieder fertig geworden eben ja lächelt tobias wie rock da macht er den daumen hoch hallo du bist kein rocker alles klar du darfst das nicht sein du bist kein metal rocker hätte dir das aber auch gesagt hm sexy arsch ja hat sie auch schön eng ja das auch sie hat einmal diesen latex anzug und dann hat sie einmal diesen anzug geile sache ja es gibt aber noch unseren anzug den dritten schon übelst voll so ja das auch boah jetzt holt kevin seine dicken stroflinde hallo kevin nicht die eigenen leute abschießen ja meistens erstellen wir sie immer so dass es halt guten standard messer voll overkill ist manchmal guck mal hier kannst du echt so oh pass auf pass auf pass auf hallo was ist denn hier mit deinem oberkörper los hast du messern oberschnell oder was ja natürlich ja ja stell der finger ne stell der finger das dinge geht voll durch die komischen piranhas hier haa oh die dinge hier mit der ketten säge oh das ist auch so ein piranha wirft man granate ich glaub das hilft dir jetzt ja ich habe keine granate ah schade ah das ding fuck außerdem seine komische ja was halten die denn aus bitte ja wir sind jetzt höhere level ne aber dafür kriegen wir mehr punkte also das höher wie jetzt hier so irgendwo sind was eigentlich der empfohlene level ist also kevin ist zum beispiel darunter äh bekommen wir noch mehr mehr bp punkte also du push dich push dich je nachdem wie du dein level halt niedrig machst weißt du kriegst du mehr mehr bonus dafür ja also ist klar wenn du es dir extra schwierig macht dann bist du aus dem schränken belohnt ne ja ich also das empfohlen level halt ja jetzt gibt es auch im messer das vier hier ne das wappelt hier bis rum der der gerade akku auf kevin dann kann ich jetzt hier auch rumpi die akku eigentlich ganz cool ne weil wenn jetzt kein wenn die akku hatte kann ich ja währenddessen um den feinkümmer also niederschechen oder so ein zeug das zeug im brot ist bestimmt wein das beste vom besten wir weinen da muss auch so sein aber aufpassen wegen den one hit angriff von dem ach so ja ja stimmt ja kennt man ja auch von den hunter aber auch einige bosse haben das drauf ne so wie auch dieser kettensägen hat sie ja gesehen der gewinn der mich ja erstmal so ein bisschen aufgefressen und hat er erstmal mich da auch niederge- ne der hat meine füße geschnappt und hat mich aufgesägt so ja stimmt und hey ayu grüß dich so geht das zu der Promenade okay ich hatte mir heute noch diese Bratwürste gemacht ne Bratwürste? Boah die schmeckten ja echt extrem geil alter Und die du gesagt hattet die mit dem speck Ja Ah Berner Würstchen meinst du Das war ja atemmüllraubend alter was waren das für geile dinger bitte Berner Würstchen meinst du Boah Ja Alter Die waren auf jeden fall sehr lecker Ich glaub das sind so Würstchen aus Österreich oder? Die würde ich mir auf jeden fall wieder jederzeit wiederholen Späern Späern Mal was Österreicher für geile Würstchen machen Ja die haben schon leckeres Essen auf jeden fall Ja Ich meine sie jetzt den haben Neee Da waren ja schon zu viele Leute dran Okay Wollte gerade Ausweichenmove machen Ja ich weiß die haben alle still will im time zu knutschen gehen Headshot 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 Nein pass auf pass auf pass auf du warst gerade rot Okay komm Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Nee jetzt hier Gile Valium time roundhouse kick Ja man roundhouse kick Nein pass auf pass auf Ja unterschätze äh Gile Valium time kick ja nicht Jetzt die Kickerin Oh nein Ah Gibben Warum slidest du über den Boden Chris 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 haut den übel zu dem Punch raus Und sie ist eher so die Hat ihre Trittarbeit ne Ja Ich find das ja bei Resident Evil 5 so cool wo sie Mit den Scorpions so abgeht und dann Von den Assessinsprünge da macht und so Aha Aber da hat sie auch blonde Haare Da hat sie blonde Haare und Ja 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 man Ähhhhh Werde mir RER RR Bogen mal holen und dann Und dann Ah cool Ich meinst ja auch das Spiel Ja man Ah warum nicht also Macht schon echt Laune so Oh, Kevin lässt hier vor die ganzen Gegner übrig. Er redet einfach durch. Oh, wir haben 93 Gegner. Ich glaube, da hängen wir erstmal gut dran hier. Oh, das ist aber voll Hure, Mann. Du machst voll Headshots und so. Trotzdem, Alter. Es gibt sogar noch einen härteren Modus. Nach Abgrund gibt es dann Hades. Oh. Hm. Ja, aber Messerattacke. Ah. Die Messerattacke, die bringt es ja richtig. Ja, Messer ist geil. Erinnerst du dich damals an die Hänger, wenn man die großen... Ach so, ja. Ja, seid ihr auch, Kevin, diese Hänger? Hänger, wenn man die großen Türen öffnet. Oh, voll weggeschossen. Da. Da ist ja eine 3DS-Portierung hier. Das ist jetzt nicht von der PS3. Man könnte bei Playstation auch nochmal den Teil hier von der PS3... Aber ich weiß nicht, ob die Trophäen da geteilt sind. Wie hat man da nicht jetzt so eine Grafik wie die PS3. Aber ich finde, das ist eine 3DS haben sie hier schon. Also der PS3 ist drauf. Wie das Spiel? Ach so. So, schön für euch. Färbung? War das gerade eine Spitz-Färbung oder was? Nein, das war bei mir. Ich wollte eben nur wissen, wie die zu Ende gespielt haben. Achso. Souverän mit 6-0 gewonnen. Das ist doch schön. Kevin, hier ist einer. Sein Name. Geh weg! Meine hübsche Jill in Ruhe. Immer noch mein übeles Lieblingscharakter. Warum hat denn ein Monster die Namen von Kevin? Ah, das sind so Bonus-Gegner. Okay. Oh! Ah, Alter. Bonus-Gegner. Ja, du kannst ja was abschnappen da von dir. Boah, da sind aber viele. Soll ich dir auf jeden Fall mal eine bessere Pistole zulegen, Tobias glaube ich, oder? Ja, ich habe immer noch eine Level-1-Pistole, aber die hat hohe Crit-Werte. Aber die Held, die macht immer noch was her. Ach so Scheiße. Weil ich muss klar irgendwann mal die bessere... Ja, ich meine, du brauchst halt recht lange für einen Gegner, aber man muss sich dadurch halt viel bewegen und sowas nebenbei noch. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen rum, weil ich dieses Realitäts-Zeug da haben will. Um bessere Loot zu bekommen. Die Waffenkisten und so. Ja, man Headshots kennt das Spiel wohl nicht. Aber es macht Crit-Schaden, ne? Macht das Schaden. Ja. Oh! Kleiner. Die kleinen... Ah, Mist. Ja komm ey, lass meine stillen Ruhe, Mann. Weg. Es ist nicht zu heiß für dich, geh weg. Verbrennst dich so alles an hier. Nachtschicht. Nachtschicht, Digga. Versteht? Okay. Ja, ihr müsst ihn rausschaffen. Ja. Er wollte die Zeche freien. Hm. Ja. Welche Stöße haben wir? Tisch, tisch, tisch. Ich weiß echt nicht mehr... Kevin läuft da oben wieder rum. Kevin, du bist nur verletzt, ne? Zum Beispiel, manche Waffen haben auch ihre Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel die von Jill, macht echt guten Schaden und macht Crit. Und dann gibt es einmal hier, was ich jetzt habe, die Waffe. Da habe ich zum Beispiel erhöhte Geschwindigkeit beim Laufen. Oh, ja, das merkt man sofort. Schlecht. Also, die Waffen haben alle verschiedene Fähigkeiten auch, ne? Pass auf, Kevin verriet dich bestimmt am Ende der Mission. Ja, Mann, er hat den Scanner vom Auge. Overpowered. Overnight powered. Er kann nicht sehen, ob du ein Super-Zeit-Ging-Gölbe bist. Hä, wo fahren wir wieder runter? Hallo? Hallo? Wo fahren wir wieder runter? Hallo? Wir müssen nach oben. Der ist doch hochgefahren, der Pfeil hat doch nach oben gezeigt. Jetzt zeigt er nach unten. Ah, hä? Ich habe mich gerade voll verwirrt. Der muss doch Pfeil gucken, der war doch nach oben, Digga. Oh, Stefan sitzt wieder an der Straße. Ja, es ist wieder so, ne? Ja, weißt du, ich muss aufpassen, dass die Leute keinen Ärger machen. Hier haben wir die Hunter wieder. Hunter! Alter, ich wohne im Berliner Ghetto. Oh, was ist das denn da? Headshot hätte er erreicht. Aber die Hunter finde ich immer noch richtig... Ja, die hüpfen nur rum und machen gar nichts. Äh... Die machen nichts. Pass mal auf, wenn du ihren Insta-Kill abkriegst. Dann bist du erledigt. Die können dann mit ihren Krallen die dich wegklatschen da. Mach doch mal eine Story. Nee, Story ist aber nicht Koop hier. Okay, oh, schade. Boah, schade. Ja, es ist... Bisschen wie Story, aber nur, dass du sie durchdenkst. So war es Koop, aber die Story nicht, ey. Weil das nicht fliegt, weil die Story auch eigentlich wieder ausgebaut ist. Ja. Ach so, ja. Oh, wenn man nicht Titten gucken konnte. Na, Tobias, du musst immer den schwarzen Pullover unter deiner Jacke ausziehen. Das ist wohl Kacke. Hä? Den schwarzen Pullover? Ja, von deinem Charakter. Hä, was? Man konnte das Dekolleté nicht eben sehen. Ach so. Das ist voll unnett von dir. Äh, das siehst du bei den ersten Anzug, bei ihrem Latexanzug da. Äh, da siehst du den Dekolleté, also ihr Ausschnitt. Extra natürlich so gemacht, dass sie ihre oberweite Freiheit hat irgendwie so. Du musst mal Rachel sehen, ey. Da siehst du viel mehr, ähm. Da siehst du viel mehr Titten. Ja, aber sie hört sich an wie so eine 16-Jährige. Ja, aber sie hört sich an wie so eine 16-Jährige. Sie müssen ja Rachel sehen, ey. 16-Jährige. Ja, am 18-Jährigen ist mal 93-Jährigen, da ist das Ende. Ah. Hübsch, hübsch. Müssen wir... Kevin, du musst mal Leben machen. Was sieht das so, ey? Der hält sich schon voll fest da. Was sieht das so, ey? Der hält sich schon so fest so, oh. Hilfe. Ah. Gib mir, gib mir mal ein bisschen Leben, Tobias. Ja, ey, ich kann dir keine Medizin geben. Weil der eine Mission konnte man da geben, dann war er so, äh, reanimieren oder so. Ich hab den Red-Dimmer voll weg von dir. Er hat keinen Bock auf dich. Ja. Ich weiß, er ist so wie so ein alleinstreifender Held, so, so. Ah. Ja. 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 Guck mal. Aber er war immer so. Ja. Ich geh mal weiter Serie gucken. Bis später. Jo. Jo. Rein. Peace and out. Ach komm, dein Ernst. Peace and out. Ja was, der ist ja so. Ja was, der ist ja so. Peace and out. Du kennst das nicht? Peace and out. Nein, ja doch. Nur fragen. Ah, Kevin, du hast ja Alkohol, dann kann ich die niederpicken. Wow. Dann hast du ja so viel Schaden genommen, Digga. Ey, Kevin muss echt aufpassen, dass er nicht gleich hier stirbt. Dann lieber die Mission abschießen, anstatt irgendwie geil auf Kill zu sein und dann dennoch die Mission zu scheitern. Aber natürlich kriegen wir auch da viel mehr Punkte, weil wir da schlappen, ne? Ja. Wir kriegen ja dafür noch Bonus, wenn wir gekillt haben und alles. Ja. 51 Leute habt ihr schon gekehrt, alter. Nicht schlecht. Ja, da wird noch lustiger, ich glaub' mir. Essen wir da. Der letzte ist wohl der Endgegner oder so, ne? Immer? Ja, es gibt ja auch Bossgegner hier, ja. Oh. 51 Leute? Da sind die Mini-Bosse. Kevin kriegt immer mehr ab. Ja, er kann... Es ist sein Ding schon hinten so rot. Seine Streifen. Ja, man muss aufpassen. Oh. Aber er ist halt ein Held, er hat keinen Bock immer so strategisch zu sein. Er will immer rein rennen. Am liebsten will er einfach mit so blanken Fäusten rein. Ja, er hat schon so einen Charakter, der hat einen guten Nahkampf, glaub' ich, ne? Oder war's Kevin? Doch, der mit... 130... 130 Prozent oder so stand er ja bei ihm. Zum Beispiel, ähm, den ersten Anzug, ja? Finde ich zwar ganz cool, weil es sehr eng ist. Weil hier ist es ja auch eng, aber... Ähm, da hat sie aber nicht so gute... Da hat sie zum Beispiel Pistole, glaub' ich, Stufe 2 und hier hat sie, äh, Pistole Stufe 3. Aber dafür hat sie dann MG bei dem ersten Anzug 3 und hier hat sie dann eben halt 2. Also, wenn du eher auf Pistole spezialisiert bist, ist dieser Kostüm besser anstatt der erste. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim dritten Kostüm aussieht. Weil das bekommst du eher für eine Bonus-Stufe, Bar, keine Ahnung, irgendwas mit Geisterschiff. Ja. Kriegst du, äh, wir dritten Kostüm. Wenn du jetzt jemanden tödest, kriegt Kevin da eigentlich auch für Punkte? Ja, er kriegt auch. Wir teilen uns das quasi alles sozusagen. Was er kriegt, kriege ich auch. Ja, das ist auch ne nette. Zum Beispiel, er hat Kraut eingesammelt, habe ich auch bekommen. Ja, wenn er die Medaille schießt, dann bekomme ich das halt auch. Ah. Das ist ja nicht schlecht, das ist ne gute Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob das dritte Kostüm ist, wo Jill blonde Haare hat und auch diesen einen Anzug hat von Reziviv 5. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, das kennt man auch. Also das ist ihr älteres Dasein, wo sie dann später blonde Haare hat. Ich weiß es aber jetzt nicht hundertprozentig, ob das jetzt das dritte Kostüm ist. Aber das ist ihr späteres Ich mit dem blonden Haar. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Hast du einen neuen, ähm, hier ist mal ein Schreibtischstuhl? Der Stuhl hier? Ja, der ist auch neu, ne? Ja, ist neu. Ah, hab mich schon gewundert. Der andere, der hat hier oben eine ganz andere Form. Ah, der war auch nicht so hoch. Ja. Ging ja nur bis... Ah, schön. Nicht schlecht. Sieht aus, kommt mir schon rüber wie so ein Rennsitzel. Ja, ist ja auch. Ist auch ein... Ein Sitz. Ja, schön. So ein, ja, Gaming, Gaming. Ich wollte mir jetzt auch nicht so einen üblichen Malenschreibtischstuhl oder so holen. Ja. Ne, wenn man es so macht, dann kann man das mal ein bisschen mehr ausgeben auf jeden Fall. Ja, die Qualität ist ja auch. Nein, in dem Sprechen. Ja. Geht ihr auch noch ein bisschen mit... Ah, Kevin! Mann! Immer seine Fahrstuhl immer hier so. Oh, tschüss. Ich will mich ein bisschen treuen hier. Du kannst doch keine Frau sitzen lassen, Mann. Was ist denn los mit dir? Hallo. Ey. Du hättest doch noch durchgepasst. Ey, guck mal, wie Kevin sich bewegt, ey. Er will schnell machen, du bist ein bisschen zu langsam. Komm, ey. Er will Speedrun machen. Ah, Speedrun. Er hat schon mal Resident Evil 1 in unter 3 Stunden gemacht. Über 2 Stunden sogar. Ja, mit Jill sogar, ne? Mit Jill, ne? Ich glaub schon, ja. Es geht noch besser. Ja. Jill ist halt die beste, beste Charakter ever bei Resident Evil. Er schafft das. Ja, Kevin will jetzt Speedruns machen, hat er gesagt. Ja, das ist geil. Da guck ich auch gerne zu. Speedruns find ich auch nice. Also, hallo, es heißt ja nicht, dass ich Speedruns nicht mag. Ich mag Speedruns. Boah. Guck, ich hab auch ein paar Streamer, die ich gerne zugucke, die das draufhaben. Für VR. Für mehr VR. Ja, VR. Ja, VR. Wie willst du, wie willst du, aber, kann man VR streamen, ja, ne? Ja. Ja, das ist cool. Muss ich mir aber irgendwann mal zeigen. So. Ja. Ja. Das ist nicht dasselbe Feeling, als wenn du selber spielst. Ja, okay. Aber, wo kriegen wir jetzt noch alte Schlüssel her? Was soll die Scheiße, ey? Aber weißt du, es war ein Schlüsselsymbol mit X. Wo? Du. Ja, wo? Oh. Ach so. Ja, aber wir haben keine Schlüssel. Siehst du denn nicht? Wir haben null. Wir müssen irgendwo noch einen Schlüssel finden. Ach so, da ist. Ah. Oh mein Scheiß, Alter. Ja, sorry, ich bin nicht so Experte wie ihr. Ihr habt bestimmt irgendeine Schublade drin. Weißt du, ich... Zu der Schublade braucht ihr auch noch einen Schlüssel, der ist geheim. Der ist, äh, in den Boden eingemauert. Alles klar. Aber, Michel, kannst du auch gut Speedrun machen, also beim ersten Teil. Ja, hab ich schon gemerkt, die kann ja, äh, ich glaub, die kann ja mehr tragen und so. Naja, genau. Ja. Das kenn ich auch schon. Ja, sie ist halt der beste Charakter aus, Riz. Ja, der Typ ist voll kacke, der kann ja zweimal weniger tragen. Ach, Chris, ja. Aber das sind wirklich die beiden ersten Charaktere, ne, wo Riz wirklich geprägt hat. Ja. Die anderen Charaktere kamen alle hinterher, aber das sind wirklich so die Urgesteine, weißt du? Und so... Da fing es alles an. Ja. Ursprünglich gab's doch ganz andere Charaktere, weil wir sind diese 0.5, die ich habe hier. Ja. Da gab es einen Typen mit der Gatling Gun. Echt? Boah. Boah. Anstatt Barry gab's doch so einen Typen mit der Gatling Gun. Boah. 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 Oh, nicht schlecht. Mann, das ist doch scheiße, ey. Wo ist denn der scheiß Schlüssel? Aber Revelation 2 ist Jill nicht, ne? Die, ich glaube, andere, ne? Das Fairy ist das Erdberry Burton. Der Redfield. Und Sherry Burton auch, oder? Der zweite ist nicht genau. Ich hab den noch nicht richtig ganz gut gespürt, weil ich den, ich mag den nicht so. Die Atmosphäre und so ist dann nicht so gut. Also meinst du beim zweiten da? Ja. Ich mag allgemein stellenweise. Ich mag der viele, der geht eigentlich noch. Ist aber auch nicht, dass er das wahre. Der fünste ist scheiße. Ist auf der Korbmodus, der macht Laune. Der nächste ist der letzte Rotz auf Erden. Da hatte ich persönlich auch erst am Anfang Skepsis gegenüber. Aber mittlerweile, wo ich ihn dann selber und meine Spieler vernünftig gefällt mir der sehr gut. Ja, das ist doch schön. Also von der Ausrichtung her ist es nicht schlecht und so. Aber gut, du kannst mich halt nicht jahrelang dasselbe drehen. Gut, ich hab kein Problem damit. Ich würde auch heutzutage noch ein bisschen übel spielen, wenn das eine Panzerschauerung fällt und du von oben guckst, durch vorgerenderte Grafiken läuft. Ich hab da kein Problem mit. Aber wenn du heute auf dem Massenmarkt kauflich sein willst, musst du halt immer mehr Richtung kommerziellere Sachen gehen oder andere Sachen. Ja, aber das geht ja auch mit Pfeilfensil genauso so in der Richtung Mainstream halt sowas. Man will ihn halt für die Masse begeistern. Das ist einfach so. Man will einfach für die Masse... Da machen die halt Geld und wollen halt... Das kann man auch nicht viel bringen. Das kann man auch nicht viel bringen. Weil eigentlich ist es ja meistens so, dass du am meisten Geld verdienst und die Leute wirklich immer Geld reinbaut haben. Hm. Die finden immer Methode, irgendwo Geld zu machen. Die meisten Sachen, wenn du da guckst... Das ist scheiße wie jedes Jahr, da Call of Duty, Battlefield immer den selben Rott. Battlefield geht jetzt auch schon in den Rhythmus, dass alle... Ja. Das ist noch nicht so schlimm wie bei Call of Duty. Ja, da haben wir auch Schlüsse. 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 Aber hier hat auf jeden Fall immer Geld, ey. Hier ist Umbrella nicht. Ne, hier nicht. Hier ist... Ach, wie heißen die Vortex oder so, ne? Okay. Und noch Umbrella? Ne, Umbrella gibt's ja nicht mehr. Ne, ne, ne. Ich find das sowieso auch schade. Die haben das mit der Story alles total kacke gemacht. Ja, man hätte sich das länger mit Umbrella gewünscht, so, ne? Ja, das... Das passt schon irgendwie das Ende. Wär natürlich besser... Natürlich, da gibt's immer noch irgendwas zurück. Aber zum Beispiel auch, dass Westkamp 50-Teil gestorben ist. Finde ich persönlich sehr scheiße, weil... Dieses abgedrehte und dann einfach totale, äh... Irgendwas Mutation bis ins abgedrehte und total auf Action... Booroboros. 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 Finde ich persönlich ein bisschen scheiße gemacht. Ja, ich find das auch ein bisschen blöd mit Wesker und so, weil... Weiß nicht. Guck mal, die leuchten so. Hä? Guck mal, Kevin. Ich dachte, hätte man besser machen können. Ja... Aber ich find's gut, was die mit Resident Evil 7 gemacht haben und welche Richtung das da geht. Das ist schon sehr cool. Und diesen Gruselfealing halt schon oder was, ne? Also... Ja, richtig gruselig finde ich das nicht. Okay. Ja, ich mein jetzt dieses... Der Gruppenfaktor wird eigentlich... Der Gruppenfaktor wird eigentlich nur dadurch erzeugt, dass die Permanent dieser Magger auf dem Sack gegen den ersten Rücken gespielt. Cool ist natürlich auch so, die Grafik ist wirklich dermaßen geil. Und, äh, wie sich das spielt, find ich auch sehr cool, was mich persönlich nur stört. Und eben halt die Angst wird nur dadurch erzeugt, dadurch, dass du permanent verfolgt wirst. Mhm. Wenn du nicht totfrestst. Gut, hast du in den alten Teilen auch. Aber in den alten Teilen war das so, auch eben halt dieses, äh, Munitionskrabheit. Denn dann musstest du mit deinen Ressourcen vernünftig umgehen. Du konntest nicht so viele Sachen tragen. Weil du gefühlt bei Resident Evil 7 auch drei Waffen tragen kannst und was weiß ich alles. Mhm. Und, ja, es war auch ein kleines Inventarfeld, kann es aber trotzdem irgendwie zu viel tragen. Und, dann diese, allein die Gegner, weil es gibt viele Gegnerarten, gibt es da. Die Familie ist ein Gegner, dann gibt es diese komischen Spatz- und Glibberdinger, wie auch immer die heißen, die da so rumkriegeln. Ja. Dann gibt es da diese komischen Einreisen. Und, was war da noch, irgendwas war da noch, da gab es irgendwie vier Gegnerarten. Also ziemlich wenig, fand ich. Stimmt, nachher diese komischen Fettsäcke gab es auch noch. Haha. Diese dicken Dinger da. Aber es ist auch irgendwie so eine Art wie so ein Kult da oder sowas, ne? Nee, das ist auch wieder, äh, das ist, äh, auch wieder eine biologische Waffe. Und, was ich persönlich richtig peinlich und lächerlich fand, ist die Story ja so, dass du, äh, diese, diese ganze Familie wurde ja nur durchinfiziert durch diese kleine, äh, Evelyn, weil die ein Forschungsprojekt war. Und deine kleine Algen, diese Mia, die hat da gearbeitet, auf diesem Forschungsschiff. Ja. Und dann geht das nachher alles drunter und drüber und bla 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 und hin und her. Und dann werden die da eben halt alle infiziert. Und sie dann natürlich auch und wird dann besessen. Und dann ist das so eine Art wie Alma. Weißt du, die kann irgendwie Leute mit, äh, Pilzsporen irgendwie so in der Art bewegen. Und dann kann die irgendwie den Geist kontrollieren, die Leute in die Bahnen vertreiben. Ah, so Alma-Style von Fear. Äh, also kann ich persönlich, äh, das finde ich ein bisschen lächerlich. Aber was ich cool finde, ist, äh, in dem Teil findest du auch einen Zeitungsaufschnitt, äh, über eine Reporterin. Die, äh, aus Resident Evil Outbreak bekannt ist. Mhm. Das finde ich ganz cool, das ist da zum Beispiel drin und, äh, diese Andeutung auf dieses Umbrella am Ende. Ah, okay. Weil ich, äh, er sagt zwar eher, hier, ich bin Redfield, ne? Mhm. Aber ich persönlich finde, der sieht gar nicht aus wie Chris Redfield. Ah, okay. Das wäre genau so, wenn, wenn jemand kommt, ey, ich bin Jill Wimtime und sie ist gar keine Jill Wimtime. Ich weiß nicht, ich finde der sieht nicht so aus, das, weiß nicht, ich kann mich auch täuschen, weil ich den irgendwie anders in Erinnerung hab, aber, äh, ich weiß nicht. Das fand ich zum Beispiel ganz cool mit dem Helikopter, das, da am Ende. Was ich aber denn nicht verstehe, warum, äh, gerade er mit einem Umbrella Helikopter kommt. Ja, ich weiß nicht. Also ein Plot, irgendwie, ne? Deswegen würde ich behaupten, dass da irgendwann diese Scheiß, ach, hier kommt nichts, wir machen die Lippe nachher nochmal, ey. Ja, gut. Ja, okay. Ähm, das finde ich persönlich ganz cool. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn der DLC rauskommt mit Another Hero. Mhm. Und wie gesagt, wenn die A macht das schwierig, die Laune. Äh, ich muss auch einfach mal gucken. Ich hab schon ein paar Spiele getestet und so, das Einzige, was ich persönlich richtig scheiße finde, im VR-Scribe-Club. Okay. Ich hab ja nichts dagegen, wenn die Grafik jetzt nicht tipptopp oder wenn das mal vielleicht ein bisschen an Paarecken fixlich ist oder so, da hab ich ja nichts gegen. Mir gibt's ja nicht viel Spaß und was wirklich geil ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich persönlich echt mal wieder an Highlight in Sachen spielen. Aber Drive Cup, das ist so eine minderwertige Rotzler. Also das ist ein Pixelbreiter, da kriegst du Augenkrebs, ey. Ja. Ja. Hier kann man auch weiter nicht viel für den Schlüssel oder so. Ne. Ne, doch nicht. Dann müssen wir einfach mal gucken, da gibt's auf jeden Fall zwei Türen mit Schlüsseln. Na ja, dann hab ich da alles ausprobiert. Hm. Das ist eine Menge, die... So ein Mesh-Burrier-Spiel hab ich da ausprobiert, in so einem Weltraum-Spiel. Und... Ehrlich, ich find's richtig geil. Weil, auch für den Preis, ich hab mir jetzt das Ding geholt, die 400. Ja. Das Komplettpaket, die wird ja jetzt günstiger überall. Das normale Ding, also ohne alles kostet jetzt 300. Mhm. Aber... Ich hab mir das Komplettpaket geholt, weil er tun wollte, 500. Aber dann bin ich da ja mit Stefan hingegangen. Und dann hat Stefan die voll gelabert. Weil das bei Media Markt 100 Euro günstiger ist. Dann sind sie auch 100 Euro mit dem Preis runtergegangen. Ja. Prokurrenz, ja. Weil da... Da hast du gleichzeitig ein Spiel bei. Wie es VR wird. Ist ja gut zum reinschnuppern. Sind viele Mini-Spiele drauf. So Gangsterspielen mit Schießerei. Dann so ein... Sportspiel. Dann so eine Tauch-Simulation. Und... noch irgendwas, wo du so quasi die Backronner rollst. Mhm. Und äh... Wie gesagt, wenn man sich sowas zulegt, dann würde ich auf jeden Fall so ein Komplettpaket nehmen. Weil dann hast du diese Move-Controller und die Kamera dabei. Die Move-Controller sind nicht zwingend notwendig. Aber bei den meisten Spielen ist das vom Feeling her richtig geil. Weil du dann so zwei Hände hast und so. Dann kannst du in diesem Gangsterspiel zum Beispiel quatschen. Und äh... Kannst dann nebenbei auch äh... Mit deiner rechten und linken Hand dir dann eine Zigarre anmachen. Dann kannst du auch richtig rauchen. Dann musst du quasi äh... Da hast du das Headset auf und dann nimmst du die Zigarre zum Mund. Und dann ziehst du ja durch diesen Controller simulierst du das ja. Und dann musst du einatmen, weil da ist ein Mikrofon und Headset drin. Und wieder ausatmen. Rauchst du im Spiel. Und all so ein Scherz. Also das ist schon echt geil gemacht. Und das Tracking funktioniert auch richtig gut. Also ich hab da keine Probleme damit. Weil manche sagen, dass sie irgendwie äh... Probleme hatten mit dem Tracking oder eben halt dieses äh... Motion-Technik, dass die Ease wird und so. Mhm. Das Problem hab ich jetzt zum Beispiel nicht. Gut, es ist ein bisschen anstrengend, wenn du das die ersten Male spielst. Dann musst du dich da dran gewöhnen, echt. Weil das schon echt heavy ist. Aber... Ich hab da eigentlich keine Probleme damit. Am Anfang merkst du das vielleicht ein bisschen. Dann ist das so ein bisschen ungewohnt und so. Aber... Das Einzige, was anstrengbar ist, wenn du ein Spiel hast, das wirklich richtig schnell ist. Mhm. Da musst du erst das Pausen einlegen. Weil... Du fühlst, äh... Zum Beispiel, wenn du den Spiel hast, du sitzt. Aber das ist voll schnell. Denn... Der Körper sagt dir ja, du sitzt. Aber du spielst, du gerichtst, du dich und sowas. Weißt du? Und dann... Wird dir das fast vorgebraucht. Ja klar. Aber ich bin echt positiv davon überrascht. Also es ist schon dermaßen geil. Ja. Ne, das hört sich aber nicht schlecht an. Auch bestimmt echt viel Spaß. Ich hab damals nur mal bei einem Kollegen getestet. Also... Ne, jetzt sind wir eine richtige VR-Brille nicht. Sondern hier mit dem Handy irgendwie. Mhm. Weil das war auch schon... Vom Feeling her war das auch schon ziemlich geil. Und läuft bei mir auch gut. Ich hab ja jetzt keine Pro-Variante. Ich hab ja noch ne allererste Play-Face. Ich hab ja meine noch. Die ist gerade aufgemacht gewesen. Ich hab ja noch ne allererste Play-Face. Ja, hier ist super. Hm. jetzt muss ich mal kurz gucken ich habe jetzt rarität 3 auf chance erhöht ist jetzt egal ist welche waffe damit ausgestattet habe trotzdem passiv zählt eigentlich zählt das ja alles passiv ich bin wieder da da gibt es weiter haben wir jetzt landebahn geiles zeug dann ja ja es es Hush, hush, hush. So fettin. So fettin. So fettin. Er hört sich wohl gerne, ne? Ja, wieso? Oh, was ich hier Schönes habe. Ah, die kennst du bestimmt. Ja, was hast du leckeres? Ja. Curry King? Hey, guck doch mal hier. Ich seh ja noch nix. Ah, die sind lecker. Ja, die kennst du, ne? Die sind lecker, ja. Leckere Zeug. Man kennt ihn ja, ne? Man muss so kalt machen. Du musst den Kühlschrank tun. Du bist auch so im Kühlschrank, ey. Ja, kriegst du wieso nicht auf. Kannst wieso nur einen essen? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ey. Grüße, Stefan. Jetzt mal alles auf und so. So, äh, Kevin, bist du ready? So, äh, Kevin, bist du ready? Ah, jetzt sind wir jetzt offline. Nein, komm schon! Nein! Jetzt hör mal auf, Kevin. Immer den mit sein offline immer, ey. Ey, nicht schlafen gehen. Oh Mann, oh. Jetzt ist Tobi enttäuscht. Mann. Oh, jetzt hat's Kevin Doppelbereit gemacht. Oh, guck mal hier, wo wir jetzt sind, ey. Oh, das sieht echt cool aus. Oh, jetzt trinkt ihr schon wieder dieses ungesunde Zeug. Nein, lass mir Ruhe. Ich darf mein Rock verdrinken. Drink, trink. Ja, das wäre verboten hier. Jetzt war da wieder jemand auf Schnäppchen-Tour, glaube ich. Das ist diese Destiny 2 Coats, ne? Ah. Wenn du 24 Dosen getrunken hast, also Coats eigentlich, du wärst so ein Special-Kram. Aha. So macht man Profit, ey. Ja, Mann, so geht's ab. Hahaha. Ja, ist fast wie Call of Duty mit, äh, mit Monster, ne? Ach, guck, tu dir Scheiße. Äh. Letzte Müll. Selbst der Zweite Weltkrieg, ne? Ja, ja, total. Als wenn ich das schon wieder alles durchnehmen muss, ey. Was geb ich noch vor? Guck ich mir doch lieber irgendeine Doku an, Mann. Die ist informativer als dieses Dreckscheiße. Und Kick. Ey, das hat noch gezählt. Geil. Unterschätze nicht, Jill Wilhelm Tynes Roundhouse Kick. Pennt ihn ja. Ja, Mann. Und jetzt, komm. Roundhouse Kick. Nein, Roadhouse. Roadhouse. Roadhouse Kick. Nein, Roadhouse. Roadhouse Kick. Roundhouse Kick, Mann. Nein, Roadhouse. Nein, Roadhouse. Ich hab immer diese Englisch-Spezialisten. Oh, Mann. Ja, Firm. Ja, ist auch gut jetzt hier. Ja, Patrick Tracy. Patrick Tracy. Ja, dann hat Patrick Tracy. Tracy. Nein, Tracy. Nein, Wade ist auch... Roadhouse. Das ist auch so Roadhouse. Müssen wir echt gucken, ob wir nicht irgendwelche Gegner übersehen, ne? Gucken wir vielleicht mal. Bei mir ist es egal. Richtiges Ghetto. Oh, hier! Das ist der Freund. Ja, wo ist denn der Freund? Ja, wir haben ihn gerade erledigt. Der bringt den guten... Der bringt guten Stuff, weiß. Boah. Der bringt den guten Stuff in Haus. In der Haus. In der Haus. Boah, hier kommt wieder Gegner-Respawne. Ah, ja. Ja, Mann. Boah, ausgeweichen. Boah! Boah. Ne Krallen, ne? Klallen. Alter, warum sind die Viecher so groß? Weil die mutiert sind. Hohohoh. Tott. Boah, pass auf. Boah. 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 Die darf man nicht unterschätzen. Also das ist ja jetzt, wo ich es heute gesehen habe bei GameStop, da ist irgendwie so ein neues Naruto-Spiel ja wohl rausgekommen, ne? Ja, hier, da ist das Legacy oder wie das? Genau, Roman mit Legacy war das. Oh, hier, guck mal, Kevin, steht dein Name. Ah. Ah. Bestimmt mal wieder 50 Euro oder so, ne? Äh, ja, ich glaube irgendwas war das da. Ich glaube 69 oder so, wo ich nicht. Für alle so ne Box-Variante. Ja, da hast du ja nochmal alles, das ist so eher wie dieses Generations früher da. Ah, ok. Weil jetzt alle zusammen da sind und ja, Charaktere haben. Oh, Waffenkistel. Aha. Ausgewichen. Wann kommt die Trophäe mit den Ausweichen? Tag, alter Schlüssel. Oh. Oh, ein Mini-Fahrstuhl. Oh, der sieht aber ganz schön düst. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Oh. Oh, der hinten ist ein Fass. Unizium. Hier könnte irgendwas kommen. Hier sind Fässer und alles. Irgendwas ist hier. Weil die sind so Fässer und so. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da gleich was kommt. Bestimmt kommt da gleich irgendwo was runter oder so. Ah. Da sind schon was oben. Ah, hier, hier, hier. Ah, hier, hier. Die kann man ja nie da messen. Notierten. Notierten Hunde. Damn, Alter. Headshot. Für die Messer ist so imber. Ah, hier, wieder Hunter. Ah. Alles klar. Ja. Warum auch nicht. Hier, B.O.W. Weg mit euch hier, B.O.W. Boah. Ja, was ist denn mit denen jetzt los, ey? Ja, die rasseln ein bisschen aus hier auch. Ich auch. Boah. Fuck. Oh, das ist aber ein kleiner. Nein. Ausweichen. Wow. Oh. Ja, vor die Hunter musst du aufpassen. Wir haben hier Instagram. Sehe ich. Ich bin hier in Krallen. Ja. Tja. Boah. Pass auf, Kevin. Dreh durch. Mal schon mit dieser Hunde. Man kann nicht gut Munition sparen, ey. Wer messert. Ja, auf jeden Fall. Diese Kräuter und so, die nimmt der wohl gleich sofort ein, ne? Ja, das ist Medizin, ja. Zum Heilen. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum wir denn nicht meine Medizin einsetzen. Ja, nur wenn es wirklich kritisch ist. Das wär das Verschwendung. Das wär das Verschwendung. Ja, sonst wär das Verschwendung, wenn wir jetzt... Du musst doch wirklich einen kritischen Zustand machen. Das ist ja... Verschwendung sonst. Ja. Ja. Außer du hast, äh... Die eine Passivfähigkeit mit Dünner. Wo du... Fledder... ...mitbekommen kannst. Ja. Dass die Drop-Chanceur für dich... ...das Kraut erscheint. Die manche Monster wollen immer nur Kevin angreifen. Ich weiß nicht, irgendwie baut er die ganze Zeit Agro auf. Ja. Ja. Oh, guck mal. Army of Two. Hat was, ne? Army of Two hat auch Spaß gemacht, ey. Ja. Cool das ein EA-Titel war, ne? Ja. Aber das ist... Man kennt jetzt ja von EA solche Titeln, die erleben nicht lange. Manche. Nee. Wieder abgestorben. Zum Beispiel Mass Effect ist der nächste gewesen jetzt, ne? Ja. Ja. Der viele, die immer anstehen. Ich habe noch nie verstanden, warum der dritte Teil, ähm... Von der Grafik her, irgendwie zurückgegangen ist zum ersten Teil. Welchen... Was meinst du jetzt? Welchen Spiel denn? Also von Army of Two-3 war die Grafik schlechter, als jetzt vom ersten Teil. Also sie waren irgendwie, äh... Stimmt. Zweimal, äh... Vor den ersten... Äh... Ja, vor den ersten rausgekommen, ja. Ähm... Also das habe ich nie verstanden, wie man darauf kommt, ein Spiel schlechter zu machen, als den ersten Teil. Von der Grafik her. Stimmt, ja. War schlecht. Da sah ja der erste Teil um Welten besser aus damals. Ja. Da auch besser. Den haben wir auch nie verstanden, warum der dritte Teil so aussah. Also... Hab den auch gleich wieder verkauft, den Teil, also den wollte ich nicht in der Sammlung haben. Der erste und zweite fand ich geil. Die habe ich auch noch behalten. Ach, das ist der letzte, ne? Ja. Ach, der kann sich sogar tarnen. Ist ja geil. Weißt du, das hört man ja nix von Army of Two-Meer. Ach, das ist doch diese... Das ist die neue... Neue Hunter, ne? Die... Die neueren... Das ist ja auch mal wieder cool. Aber ich glaube... Hey, die machen jetzt ihr Team da, oder wie das halt? Schon scheiße, ey. Ich hätte mal wieder Bug auf 19. So irgendwie. Immer wieder was ernsthafteres ein bisschen. Wenigstens, dass das wieder ein bisschen ernsthafter ist, so wie der zweite halt. Oder der erste. Ja. Ist ja immer wieder stark. Wie immer rumhüpft. Er ist ein Hunter. Ja. Quark, quark, quark. Okay. Das wäre geschafft. Das ist schwerer als der kuwaitische... Geile Songs. Gut ab. Bam. Achteln! Oh, sie haben alle Feinde besiegt. Alle Feinde besiegt. Oh, Level-Aufstieg. Oh yeah, lass es knistern, Baby! Hallo, hör mal auf da! Ah, hallo, nicht so laut da! Böööö, hast du jetzt angekommen? Mann ey, was für ein Service hier, ey! Hallo, kannst du mal aufhören, da was aus eigenem Willen zu tun? Ich hab zu bestimmen, was du machst. Ja, ich bin der Schuhschauer. Mhm, tüppelig. Also, abbeißen. Hallo, warum machst du Daumen hoch? Was willst du damit sagen? Mhm. Mhm. Mhm, lecker. Ich das auch. Ja, jetzt musst du noch ein bisschen, ne? Mhm, lecker. Und noch ein bisschen. Mhm. Hallo, ich will euch nicht sehen. Warum nicht? Mhm, lecker. Mhm, lecker. Mhm, lecker. Mhm, lecker. Mhm, lecker. Oh, mjam, 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 mjam. Oh, Kevin spielt wieder an sich rum. Ja, Kevin fühlt sich auch immer wieder geil, ne? Ja. Ja, er guckt halt immer in den Spiegel, ne? Und denkt er so, hm, was für ein netter Junge. Alter, da hat aber jemand immer Kohle, alter. Wieso? Ja, du hast immer Kohle, er hat bestimmt wieder 50 Euro investiert, ne? Hey, das kannst du jetzt aber auch nicht sagen. Wow, das sind ja die Waffen alle immer so teuer. Wow, guck mal, ey. Hier, Metalldetektor, ne? Es besteht eine Chance, von 16 Prozent das Gegner BP fallen lassen. Auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel drei hast, ich glaube, drei ist das höchste, glaube ich, oder? Ich gucke, weiß ich jetzt gerade. Stimmt. Auf jeden Fall, wenn du, ähm, wenn du jetzt genügend davon hast, dann, die Gegner lassen immer BP immer gerne fallen, dann push das ja auch ein bisschen extrem. Ich bin ready, Kevin. Bist du auch ready? Nein. Nein. Also, in Labor rein stürmen und hier ein bisschen abgehen. Let's go. Let's go. Ey, das ist ja zugesehen auch die, äh, die 17. Dann kommt auch die 18. 19. Und dann die letzte. Und dann war's das. Dann kommt Hades. Aber guck mal, hier ist wo wir jetzt gelandet sind. Wir sind jetzt hier vor so'n High-Tech hier. Okay, die 18. Dann 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 war's das. Ich möchte hier High-Tech hier. oohh. Ah, guck mal jetzt bis hier die 23. In der firma von hier raus oppreten. Ah, cool, guck mal. Könnte das von hier aus LED's gehen, das ist doch super. Ja, die könnt aber auch überschließen. Ah, die stinken. Ach nee, stink' Ah, Mann, Alter. Die halten aber manchmal gut was aus, nein. Ja, die halten auch auf 14. Is das level? Ja, aber du bist doch schon 18 dagen. ich würde gerne Messer an diese Viecher ne ich könnte es ja übelst gut messern sie wenn du an siehst ja mal, das kann ich da hauen komm komm ah nicht getroffen, du bist so schlecht ich ja ey ja man muss echt, du kannst auch die Dinger oh was denn da jetzt wieder los, warum tauchen denn immer wieder welche auch ja weil die das können oh guck mal, das ist das Waffe-Kampf wieder schnell ich hab dir jetzt die auch hey, hä, wir kommen nicht durch geht das weiter ach so, ach oh, hier eine große große erinnert mich voll ein bisschen so an Slender Mönchlinge nein, aah ich wollte ausweichen, aber also zwei Meter Riese und jetzt wow, oh 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 oh, du hast mich getroffen, hä, ok explodier explodier oh aha, aha ja, war ein Feuer ins Gesicht oh 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 jetzt können wir wieder hier oh Alter, da muss jemand aber oft ausweichen ja, so nebenbei ja, so nebenbei ja, nice ja, nice ja, nice ähähä ähä oh nein, das ist wie junger voll so zwei auf ein zack zack boah, jetzt kommt der große Bruder ja, aber pass auf die großen, ey oh, oh, jetzt kommt hier so ein oh ähää 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 aber die Viecher hast du ja, die sind ver... ähää nein, ey guck ihn ah, die sind ätzend, ne ähäää ähäää Panzerdinger da ah, ok oh nein, pass auf ah ok, jetzt hab ich die Agro-Aiming gezogen oh, alter ey, die Viecher sind so ätzend, diese Panzerdinger hier alter ich will ja dich haben komm her lass die Tür ähää Menschlinge immer erst die Beine und dann die ja Alter, das sind ähm echt ätzende Gegner, die ähää 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 die stellen hintereinander ja dann können die das nicht so guck mal drauf an, wie stark deine Waffe für den Durchschlag hat so guten Durchschlag haben oh, was ist das denn jetzt? mutieren die noch zum Schluss oder was? ja, dann sind die Oberkörper und dann laufen die so als schützige Tentakel da rum so ähnlich wie die aus dem fünften Teil, wie die Uruburus aus dem Kopf da rum schlingelt da und das ist eher alles so eine Art Wasserviecher hier so sind ähää bei der Witcher 3 gibts ja auch ne Maske, die heißt auch Uruburus okay Uruburus so gut oh ne pass auf oh, ist das weh ey, hier nimm, hier nimm ein grüner Kraut ach du scheiße ey, ich muss Kevin heilen, ha das kann ich ihnen heilen, wenn er so, äh, verwundet ist äh oder 1 die tun wir die Dinger mit aufbauen m und hier schon wieder die vierte Orden die Kammer gut nach oben ja die Kammer gut erledigen einfach nur irgendwie da runter kommen ja du brauchst auf jeden Fall ein größeres Magazin würde ich sagen für deine Pistole ne ja die hat es ne Spezialwaffen ist Kammeray Edge kannst du das ja nicht upgraden die Waffe ne kannst du eine bessere Version kaufen ach schade der Skita schienen sonst konntest du immer Waffen upgrade Schmeiß ihn runter ja man Schlüssel gefunden weiter geht erinnert mich so ein bisschen an Zelda hier so Schlüssel haben um weiter zu kommen das ist ein Schlaffelfisch außerdem das ist ein Schlaffelfisch außerdem das ist ein Schlaffisch der Taser noch Ich will, der Taser noch ein bisschen... Oh du kleiner Fisch! Ja man, geschafft! Ja man, da hab ich euch auch gute Tipps gegeben Okay! Stefan, gib doch Tipps! Der Tippgeber hier Ist dich wieder geil oder was? Das ist überall Er soll doch immer alles verkaufen Ja was soll ich denn mit dem Zeug? Woll ich auch nicht Ich will ja schon richtige Zeug haben Das ist mir ja auch richtig lohnt Das hab ich mir den ganzen Pümpf Ja Ich soll doch immer alles verkaufen Ja was soll ich denn mit dem Zeug? Woll ich auch nicht Ich will ja schon rufige Zeug haben Ich will ja schon rufige Zeug haben Ich will ja schon rufige Zeug haben Boah yo mann Da ist jemand Level 12 Hm Wird langsam ne? Ja oah Langsam aber sicher Kann man, kann man machen Mann, was sind denn die Sachen alle immer so teuer hier? Ja Das Spiel sagt so Wir müssen teuer sein Schützenhilfe Das ist immer günstig Oh 200.000 Das Spiel sagt auch Qualität hat sein Preis Gestohlen Was? Geladene Pistole? Ja du kannst hier alles wieder aufrüsten und so damit du immer schön ready bist Ah Weil du sonst als immer alles einsammeln musst Wenn du Glück hast Ich glaube ich bin auch für dich was geben Da kannst du auch Sachen aufrüsten Beispiel habe ich jetzt das hier geholt Was auch ziemlich nice ist Da kannst du zum Beispiel äh Die äh Die rare Waffe Chance Äh Auf das Dreifache hoch haben Also Da hast du einmal eins Zwei und drei Und drei kostet 200.000 Das hab ich geholt Das ist ja denn die dreifache äh Droprate Ach Schwer Ja Was ist los Kevin? Du musst eigentlich was sagen Komm sag mal was Ey Sag doch mal was Auf mein Ding Nein Hallo Ich glaube ich melde Tobias mal Er beleidigt mich ja die ganze Zeit Kannst du Tobias aber auch nicht sagen Ja Kevin ist mein Zeuge Ne Kevin? Nein Er meldet mich immer Nein Er beleidigt mich voll Ich muss mal den Kanal melden Ey Ja Ja Ich bin voll so hässlich und so Ja 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 Oh mit Zeit sogar Mit Zeit sogar Mit Zeit sogar Was ist das denn hier Kill und Lachflash im Bilden Discord wir haben ja 31 gegner das gute ist ja anders mit zeitfähigkeiten dass es wirklich wirklich hier radios machen weil das ist gut die hellenhafte musik läuft da ja war das bei diesem mal ist das jetzt zeit jetzt muss man wie schon Jetzt Easy Ding, ding. Oh, Wasser. Wenn sie unter Wasser schön wieder ihre Brüder hat. Ich meine, dass ihr das auch so bei Tomb Raider gerne macht, ne? Knack Po. Knack Po. Warte etwa nicht. Sie sagen, dass ihr einen blöden Po hätte. So. Ach, guck mal, hier ist es wieder, Kevin. Ah, Kevin, hör auf, bitte. Ich bin ja geklatscht hier gerade. Oha, hier explodiert ja alles. Oha. Verstehen wir eigentlich diesen doofen Schiff? Und... Check it, Baby. Boah, wie das abgeht hier. Über die Action, ne? Boah, Fisch. Du Fisch. Er ist jetzt Hackfleisch. ...weil wir nicht tun. Boah, wie läuft das hier. Da lebt schnell. Äh... Boah. Er... Wirst du, äh, nicht die Viecher töten hier? Okay, jetzt. Ah, yeah. haben wir sogar speziell Dings bekommen, cool weiter gehts ich nehme hier was wir brauchen oh nein, ich will die nein, lass ihn in Ruhe und wo ist hier noch was haben wir noch oder noch auch die Hälfte an Gegner weil so eine epische Musik ist Messer an die Messer ist geil die machen äh Fischschnitzel nein nein lass mich das rumzacken die Gegner jetzt weiter in sie schiff verlassen die 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 dürfen ja nicht fehlen sie 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 dann wir das schiff ist richtig riesig richtig groß größer als der von resi 5 ja wirklich so wie sagst du eigentlich immer die ganze zeit der lichter bei dir an na ja muss ich ja okay dann sieht man ja mich gar nicht mehr so richtig dort man sieht sich doch bestimmt gut wo strom sparen tobias ja dann muss ich aber kein ausmachen macht ja keinen sinn sonst es kommt so an wo Boah! Aufpassen! Boah! Messer an, Messer an! Mal! Ey, voll normal! Boah! Von so Titten, ey! Oh, eine Waffenkiste! Sie hat Strafe! Ah, wie im Kiste! Weißt du, jetzt kommt die Hunter! Ich mein, die müssen jetzt hier... Bist du? Ja! Ah, hier! Das ist ein Viech, der ist schon wieder hier! Oh, Alter! Aber nicht ein Großer! Ah, ok! Er läuft einfach durch, da! Oh, okay! Oh, okay! Oh, so! Jetzt, jetzt! Dein Auge, da, da! Ja! Let's go, Wishipi! Ah, komm, ey! Und... Oh! 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 Alter, dreh doch hier, tack doch endlich ab. Ja, er ist auch getackt jetzt. Da kommt noch einer, da ist noch einer. Nummer 30. Ach du Scheiße. Ja, das ist noch ein Fass hier. Das ist noch ein Fass. Aber am besten ist es so, wenn er da von der Seite getroffen wird, wo er nicht gepanzert ist. Hä, Fass ist weg teleportiert. Ja, ist es doch. Hä, ne, bei mir ist aber weg teleportiert jetzt. Hä, was ist das denn für ein Scheiß? Äh, einfach so weg. Warum verschwindet das auf einmal? Keine Ahnung, Mann. Voll der Bullshit. Ah, jetzt komm, du. Ja. Wie oft ging die Wahn, küpp um, damit wir deinen abmessern können, da hier. Ja, da hat er wieder geklappt. Ja, da hat er wieder geklappt. Ja, komm. Ähm. Es dreht sich immer zur anderen Seite. Jetzt komm, küpp um. Ja. Dein Auge da. Pass down. Boah, da haben wir aber Schlüssel jetzt hier. Ja. Es fehlt noch ein Gegner. Gucken, wer das sein wird. Er lacht bestimmt jetzt so. Hm, 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 hm. Komm zu. Ich erwarte euch. Äh. 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 Oh. Da war wieder irgendwo jemand, der sich irgendwo versteckt oder so gesagt hat. Nein, lass mich in Ruhe. Da war jetzt aber aggressiv, du, ne. Oh, war der Stärke. Was. Nicht lustig. Hören Sie bitte auch. Hören Sie bitte auf der, ähm. Hallo? Wer lacht da? Hallo? Wer lacht da? Hey, ich glaube, da lacht jemand. Lacht ich nicht? Hallo? Verrückter. Hallo? Wer lacht da, bitte? Sie kommen mal, fang fest ja usch, boah, jetzt ist, ne. Das ist jetzt泣... Sie kommen mal, fang fest." Sie kommen mal, fang fest eng," BowN", fang fest als об." Oh, wir sind jetzt bei 19. Interessant. Das kann ja sehr interessant werden. Die Welt schaut gespannt zu und wartet. Ja, ich hoffe so begeistert. Manchmal, ne? Okay, ich bin ready, ey. Ne, es ist ein Spaß wert von mir. 19 und dann kommt 20. Dann werden wir mit Abgrund fertig. Also jetzt, ne? Dann, äh... Oh, Hardest. Oh, das wird heftiger, oder? Hardest? Weil dann hat man Level statt. So, hier haben wir 35 Minuten, ne? Dann müssen wir jetzt zum Manu-Raum. Ja, 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 ja. Ich bin der Hater's Daddy. Kommen Sie bitte zum Fahrstuhl. Ein bisschen Zeit. Bist du beim Teilen Warten? Obviamente. Wieso? 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 Ich kann es schämieren. Okay. Oh! Ich habe den Schrauben. Ich habe einen Button. Komm. Ich habe einen... Enter. die Hunters in der Frösche ich wusste wie sie umfangen die Hunter nicht was Ich glaube es ist Zeit für einen großen save-game Wir kommen rüber Hm, wir müssen gucken Ah hier ist ein Oh hier ist ein kräftiger Hunter Zahn Hunter Ja da guckst du ne? Wie bitte? Es ist so weit Hier wird geschlafen Auch ein steller Ja der gefühl ist so schön Ey Sag mal nicht sowas hier Geiles Zeug Kein Kein Ich bin am Ende Nein, Tanzverbot ist am Ende Oh mein Gott, Tanzverbot bleibt gesperrt Tanzverbot von Paypal gesperrt Nein Nein Das können wir doch nicht machen Oh Das ist ein Oh der ist irgendwo da hinten Oh mein Gott, ich transporte so ein Ende. Ja. So. 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 Ach, okay. So. weil es die einzige autorisierte Bezahmetour ist, dass ich hinterlegt habe, was folgt. Und jetzt ist es mal wahr. Ne, ich springe einfach rüber. Pass auf, dass wir sind geplant da. Der Daumen ist vielleicht hier rüber. Denken Sie sich einfach mal, ey yo Leute, ich bin mal... Ich hab ja nur ultimemästige Sabbath 되�, foregroundiella, den hat es wahrscheinlich so verledigt. Weil die Ghosts brach't rum und kritz ein. Ja weil der dann so komisch rumjumpt. Guck mal, der steht hier, der macht gar nix. Dem gehe ich damit auf die Werbendigkeit zuériochen und dann wähle ich die featured. Oh. Ah, so ein kleiner... Und? Ah. Das ist der, der von rumgepasst hat anscheinend. Ja. Das war... Wie ein Schuss, oder? Ja. 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 Ja, zu ruhig, ihr weiß. Ja. 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 Ich wünsche euch den Tod, ich wünsche euch einfach den Tod, ihr seid zufrieden. Der einzige Trost ist tatsächlich, dass ich mit dem Ding, die gerade auch nicht perfekt ist, oder? Digga, ich hab jetzt noch 3.000 Abonnenten gemacht. Mein Leben gefickt, aber YouTube läuft ja auch. Yeah. Wie man nun auch in dem Moment. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Es gibt keine... Es gibt keine Alternative zu fake mit. Gibt es nicht? Was soll ich tun? Nein! Tschüss. Einfach Tschüss. Yo. Oh nein. Nein. Ich bin wegen der Parken nicht. Das Spiel ist Kaka. Digga. Kippe. Ja, ich mach kaum Schaden da, Mann. Ich brauch ganze Waffenmagazine oder was schön. Kannverbot. Kannverования des Gäste. Kannverbot. Was solltier, ey? Kannverbot. Kannverbot. Ist dort frei. da könnte ein theoretisch und leistend das wird ja immer höher ich habe jetzt bin auf 18 die waffe die 32 kürze natürlich kaufen muss ich selber wusste ich selber in der zeit ist mal unterstufen so ein bisschen wenn du gesagt hast du sie runter dementsprechend auch schwächere waffen also dann kann sie sagen jetzt kann ich mir eben halt die waffe jetzt kaufen für den niedrigen level den ich jetzt bin jetzt beispiel hier anpassen ich kann jetzt so gesehen jetzt von 18 runter auf 12 machen nicht auf 12 dann kann ich hier sehen hier auf Waffen gehen dann kriege ich dementsprechend auch Waffen die jetzt auch niedriger wenn man das kaufen was ist euer teuerstes produkt bei mehr lebt noch lebt noch lebt nicht mehr lebt noch lebt gerade noch so lebt nicht mehr was ist das teuerste das teuerste produkt der wert das teuerste der lebt noch der lebt gerade noch so und der verbreitet noch einen teuerste Aber bis bald, dann habe ich ja nur viel, oder? Eigentlich ist dieser Tag das teuerste gewesen, aber wie dann hätte Herr Erdo gesagt, wir haben doch was für teueres. Das wird eigentlich nicht verkauft. Und die kostet wie viel? 1.000 Euro. Warum musstest du die Jahrzehnten vom Fesen holen? Weil wir die dann selbst kaufen. 1.000 Euro. Jetzt sind wir in Italien, da sind wir echt komisch mit Staten. 1.000 Euro. 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 Kräftig, ne? Ja, unglaublich. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ach, du kannst diese Waffe von diesen einen Spiel da auch kaufen, in echt so. Die sehen wir hier von diesen einen Spiel da, wo man Menschen abschießen muss, die aber nur sterben, wenn sie böse waren oder so. Also... Da gibt es so eine normale und dann gibt es noch so eine mechanische Version, die kostet 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro ... 2.000 Euro. 1.000 Euro. 3.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. eine alienfigur aus reinem metall wenn man schafft die wegzutragen kriegt man die umsonst ja alles klar einfach wegtragen ich glaube nicht die kurzen cosplays mal gucken was da los auch Ready Kevin? Diese Kreising Leute Ich bin jetzt immer eine bessere Ray Edge Sorry Ah shit Ey ich hab mich niedrig gemacht, kacke Wir müssen mal kurz aufgeben Aber ich hab mich ja niedrig gemacht, dann sind die ja noch wesentlich stärker Ich bin auf 5 ey, stimmt ja Ey kurz, ich muss das kurz ändern, Kevin Ich hab mich schon gewundert, warum die auf 16 sind auf einmal so Sag mal hier, kommen Schaden Crazy Warte mal Oh ne So Polarisierbar Wurde im 19 Jahrhundert entworfen und in Frankreich hergestellt Ich werde unsere Überlebenschancen berechnen Ich werde unsere Überlebenschancen berechnen Verleserischer Bestseller Bestseller Verleserischer Verleserischer Iapan Das war's. Hmm. Ich kann ihn mal auf. Ja, da war ich was. Ja. Okay. ja ja schon ja das Büro hier haben wir schon mal hier I don't know. Wow. I don't know. I don't know. Ah, da gibt es diese Manifest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann würdest du dir irgendwann dieses tikun 2 holen ja du weißt doch dieses monster hunter da monster hunter world kommt ja nächstes jahr ist ja so ähnlich wie monster hunter so installen ich weiß doch hier da gab es auch diese 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 frei-version wo du ja nur so paar sachen machen kannst und dann kannst du das spiel ja richtig holen ja auch schon mal gesagt hast du ja hier muss man das machen dann muss ja diese serie von den monster einsam wenn du die getötet hast und so da kannst du halt auch so spezialfähigkeit machen eine klasse auswählen der charakter erstellen und so weiß ja das gar nicht ist alle sie ist einmal so eine frei-version da kannst du es ja ausprobieren und ein paar sachen machen auch wenn wir das richtige spiel holen kannst du ja vieles machen kannst du ja hier die monster stehen und das war auch eher so so vorbeinahe so zusammen muss man die schwachstellen der gegner erledigen als irgendwas zum beispiel von hier was abtrennen aber jetzt kommt er wo ist das da wenn ich ande aus Bei den muss man echt aufpassen. Besser ist es nicht zu viel riskieren. 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 Wir haben sogar alle Gegner erledigt. Besser ist es nicht zu viel riskieren. 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 Kahne während des Lower Ugentiers. ....weil macht ihr ihr Vielen Dank. 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 Nice. Kevin ist... Sehr gut. Okay. Okay. ... Aaaaah Da hat wieder was? Ah, Erdbeben Ah, sehr gut Komm Nein Aaaaah Warte, sie füßen Ok, jetzt Nummer 7 Äh, ok Uuuuuh Ah, hier ist ein Rücken Der lässt sich davon gar nicht beeinflussen Kann sein ruhig Loll Loll, was? Der kann teleportieren? Ok Er rückt mich wieder am meisten ab Ah Bisschen so wie, ne? Weiß ja Uroboros Hä? Nein Alter, wieder warpen kann Nein, nicht mein Kopfsack quetschen Hahaha Ey, dann will Kopfsack quetschen Oh nein, ey, das gibt's doch nicht, ey, wie Wie You're the power of that Ja, der kann sich voll teleportieren So, so Ich bin zum Recht nicht lebendig in der Kette Ah This is my world Done Feel my war power Sieht mir echt cool aus Feel my power My darn it Sorry, sorry, danach Ja Ey, das beeinflusst ihn gar nicht so Die Nein, das schubt irgendwie Er hat mich gar nicht getroffen Ich ziehe zu weit weg, man Ich fühle das scheiße wieder, ey Ja, der hat super Radius, kennst du auch Das ist ein Endboss Die dürfen das Ach, jetzt ist es zweimal hier Nein, der kann sich clone bestimmen, so Illusionen, der macht so Illusionskram Da siehst du zweimal Also, der kann seine Fläche noch vergrößern Wenn einer ist nur wahr Der kann bestimmt dreifach oder vierfach werden, oder so Wenn er lustig ist Ich spür meinen Zorn, sagt der Am besten, man schaut ihn nicht an, oder so Dann Oh nein Ich glaube, das ist dir egal, ob er Der kann sich auch noch drehen, hä, hallo? Der darf sich auch noch drehen, hier, der Herr Man sieht ja, wer der echte ist, weil der eine, der Der, der hat so einen komischen Dampf Nein, geht weg Ah, ich weiß wie man am besten ausfällt Man muss immer gegenüber laufen Nicht neben laufen, sondern immer gegenüber, weißt du, so Weil, äh, weggehen, so Hä? Deine Klone können sich sogar teilen, na hallo? Keine Muni mehr Keine Muni mehr Wenn wir da hinten ankommen Das ist so, ja echt ne mega Reichweite Ja, halloo Ja, halloo Ja, Niesk Was, ey? Oh, lass mal, man kann ihn noch messern Oh, nein, warte auf Nein Beide, hier will der den Kopf zerquetsch Ich denke, ihn abschießen in den Rücken Ja Ja Okay Ich muss irgendwie an den Hinten rankommen Jetzt hab ich, hab ich die Agro Ja, solange es ne Immer ein bisschen abwechseln Einfach viel kleiner Hey, das gibt's doch einfach nicht Ey, der dreht sich so schnell um, ne Ja Mal, jetzt geht er durch Ich guck, ich guck vorne ein Herzgrot Ah Boah Sorry, ich bin ein Pes Ich komme weg Oh nein Nein Boah, Boris Ich bin fest Na komm jetzt Ich will ihn nur hinten erwischen Ach, der macht jetzt Rampage Moin Das brennt ja auf einen zu, ey Der wird mieser, ne Der wird mieser, ne Je mehr Leben verliert, desto neue Tricks denkt er sich aus Der will unbedingt nicht, weil ich so wenig Riesen hab Oh Alter, der kann sogar mehrfach hier als angreifen Oh Boah, ey, guck mal, wie sieht man seinen richtigen Face Nein 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 Ey, man hat seinen richtigen Teufels-Face gesehen denn Nein, er liegt Mach mal Nein, scho, scho, scho Jetzt komm Achso, dann können wir bocken, ok Der hat einmal seinen Rampage oder hat er seine Teufels vor... Man, dann schill doch mal dein Leben Hallo, lass mich doch mal Ruhe, geh weg von mir Ich, hallo, ich will doch Schaden machen Nein Lass dir Schaden machen Kein Leben mehr, ne Oh, nein Egal, solange er auf sich sauer ist, geht es ja Chain Dein Herz muss irgendwie ... Nein, 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 nein Oh, hier ... Herz Nein, nein, nein Nein, 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 nein Seine Teleportationskraft ist unglaublich Die Macht Die unglaubliche Macht Nein Ich darf nicht hinschauen Ich darf nicht hinschauen Ich darf nicht hinschauen Boah ey Man muss die ganze Zeit so wegschauen vor denen Ansonsten erwischt er dich Nein Wegschauen Wegschauen So slenderartig Weißt du immer weggucken Ich darf dich nicht angucken Ich freu mich die Augen kleines Denn ich bin es des Todes Wenn er seine Kraft ausgeschafft hat Dann Nein Okay hier Ja wie so lange soll es ergehen hier Mann Nein Wegschauen Kannst du dich mal wieder hinknieren Damit wir unsere Finishes machen können Bis daher Slender Typ Gut Wenn wir diese Ehre Ich bin schon Nein, das war fies, da kamen die auf alle auf einmal, mir fehlt die Muni, ey, die Leben mehr. Da rankommen wir jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie man ihn überhaupt besiegen soll, wenn man nichts mehr hat. Ich kann es weiter her messern. Jetzt hier, komm, 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 komm. Jetzt, eins, zwei, drei und let's go. Ah, ich habe es gewusst, ey. Ich habe so, ey, reanimiere mich schnell. Kann ich nicht. Ach, kuck. Ist das selzend. Nein. Okay. Ich konnte nicht reanimieren. Ach, geht doch. Ja, nur wenn du einen kritischen Zustand hast. Los, Messer nimmt ein. Ich messer diesen Typen los. Reanimiere mich schnell. Okay, es ging wieder. Ja, wenn ich so ganz komisch humpel, weißt du. Egal, ich krieg mir starten, Messer an. Komm schon, Messer an, Messer an, schnell. Schnell, 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 jetzt. Eins, zwei, drei und. Boah. Shit. Warte, ich reanimiere dich. Was cool, Messer. Oh, komm schon. Illusion, Illusion, aufpassen. Einfach weglaufen. Nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht hinschauen. Ne, jetzt hauen. Jetzt, jetzt Messer. Sch, 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 sch. Ja. Ja. Oh, nice. Boah, ey. Boah, ey. Übel. Ey, Messer, Messer hat uns gerettet. Also die Finishes, ey. Oh, man. Alter. Voll so Slender, ey. Boah. Ah, hier. Reisender im ersten Kreis. Wow. Wau. Haben sie sich einfach etwas einfallen lassen. Nicht schlecht. Geisterschiff wurde freigeschaltet. Geisterschiff wurde freigeschaltet. Geisterschiff wurde freigeschaltet. Geisterschiff, Chaos. Wenn man Geisterschiff abschließt, dann kriegt ihr auch meine Jill hier, die dritten aus. Und Chaos ist bestimmt noch dieser, wie Hades oder sowas irgendwie. Geisterschiff. Jetzt haben wir Hades. Von daher haben wir dieser Geisterschiff. Empfohlen. Empfohlen. 50 muss man sein. Ohne Stufe. Empfohlen. Empfohlen. Level 50. Chaos. Noch schwieriger. Geisterschiff, Chaos. Krass. Ey, da muss aber 50 sein. Der Übel. Am besten ist es 50. Man muss nicht unbedingt 50 sein, aber wir wollen. Aber ich glaube nicht, dass wir mit unserem Level da jetzt das schaffen mit Geisterschiff. Eher würdest du jetzt hier schaffen mit Hades, mit Mannschaftquartier. Hades einfach. Müsste ich ja nur das hier schaffen, dann würde ich den Jill bekommen. Ein Geisterschiff mit. Chaos mal gucken. Müsste man nur schauen, wie das jetzt mit Hades aussieht. Bei der Boss hat er wirklich echt viel weggenommen. Ich hoffe jetzt kriegen wir bei Hades echt guten Drop und so. Ach hier. Den Shop wurde Boost Waffen hinzugefügt. Besondere Waffen, die mit zahlreichen Spezialzugelhörern ausgestattet sind. Ah hier. BW. Sanitäter. Eine ausgewogene Waffe mit eher durchschnittlichen Feuerkraft verbessert Schleppfeuer. Oh, was haben die für Werte. Alter Schwede, aber richtig teuer, ey. Highroader. Ja. Aber richtig teuer, ey. Highroader. Ja, man. Rote sogar. Rote Waffe. Ohohohohoho. Pfanneunterstützung, Reichweite. 2. Kilometer. GP-Chance 23. Feuerte 10. Monsterschaden 24. Seekreaturen Schaden. Ey. Die hatte voll die übelsten Buffs. Heißt also direkt mit normalen Monster machst du richtig gut Schaden? Dann auch bei Seekreaturen da. Und da kommen bestimmt noch krassere Waffen, wenn du Hades geschafft hast, weißt du? Da kommen bestimmt noch heftigere Waffen. Ab nochmal. Ey, da kann man sich ja freuen auf Hades, weißt du, wie der, äh, der, äh, der eine Boss da so jetzt. Die wir gerade besiegt haben. Hohohoho. Geister Schiff, so ein, äh, Special Level auf 50 sein. Da müssen wir echt nicht auch Körperpanzerungen dennächst kaufen. Übel. Wir sehen wie hart es ist. Und wenn mir kommt es so vor, weißt du, dass wir vorab gehen, so eh wie bei Geisterrorzeiten, Oder so. Da haben wir schon crazy Zeug gemacht. Mal gucken, wie das ist jetzt. Alles. Oh, okay. Und dann haben wir auch dabei. Oh, was ist das für einer? Ach du Scheiße. Warte, Joll! Oh, ne? Ja ist klar. Oh, was ist das für eine? 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 Oh! Oh! Yeah. Oh! Da wird noch kommen. Oh, ein kleiner. 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 Hmm. Ah, hier. Ah, hier. Oh. Boom, baby. Nice. Nice. Das ist nicht besser. 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 Das ist nicht besser.